Ein 8-jähriges, 7-jähriges, 5-jähriges Kind wird schon stark erschüttert in seinen Erwartungen und Verständnis von Liebe und Familie. Das ist eine ganz brutale Erschütterung. Sie wird den Kindern doch eh adoptieren. Egal was der macht, wird die dich schlechtreden. Egal was der macht, die wird ihn doch sowieso schlechtreden. Der hat doch gar keine Chance. Aber vielleicht geht es nicht nur um. Mit gutem Verhalten hat er keine Chance. Die Entscheidung des Kindes ist für mich gesetzt. Ich sage dir warum. Weil ich habe mich ja entschieden, das Kind auf die Welt zu bringen. Ich schulde meinen Eltern gar nichts. Du warst ein netter Kerl. Total netter Kerl. Ich bekomme ja auch, was ich verdiene. Jeder bekommt, was er verdient. Ich bin Ben und das hier ist kein Jammerlappen-Podcast. Hier kommen nur Leute hin, die ihre echte Meinung sagen. Leute mit Ecken und Kanten, die nicht hinterm Berg halten und für das einstehen, was sie sagen und was sie glauben, was richtig ist. Viel Spaß. Ich bin Ökonom. Du bist Ökonom. Willst du gern in Frieden leben? Lerne Teilen, Tauschen geben. Sag, bist du dazu bereit? Das verhindert manchen Streit. Was ist meins? Was ist deins? Wirklich wichtig ist nur eins. Willst du gern in Frieden leben? Dann lern Teilen, Tauschen geben. Ein Kinderlied. Das habe ich meinem Sohn immer als Einzelkind vorgespielt, damit er das lernt, nicht so egoistisch zu sein. Das ist ein Wahnsinns-Intro für diese Folge. Wir haben gerade kurz gesagt, wir wollen heute über Trennungen und Kinder sprechen und versuchen, das diesmal ein bisschen bei dem Thema zu behalten. Und ich muss versuchen, die nicht so oft zu unterbrechen diesmal und meine Sätze auch zu sprechen. Das ärgert mich selbst. Ich fand tatsächlich, beim letzten Podcast war ich davor ein bisschen krank gewesen und war noch einfach so angeschlagen. Und es war einfach für mich super anstrengend, so Dinge zusammenzufassen. Und ich sehe das auch, wenn ich mich dann halt da drin sehe. Und ein Kommentar war, dieser Ben könnte Soran auch mal ausreden. Da habe ich mich totgelernt. Ich denke, was ist das denn? Und ich dachte so, wow, wow, ja, das ist gut. Aber so gibt es tatsächlich auf allen Seiten Leute, die sagen, ich habe ganz viele Kommentare bekommen, tatsächlich so aus meinem Umfeld. Benjamin, wir müssen über Soran sprechen. Was ist das für ein Typ? Warum macht der das? Der sagt Dinge, also du hast ja was da hier über den, wie heißt der auf den Philippinen? Duerte. Duerte, genau. Dann war Hitler noch irgendwie mit drin und du hast es ja ganz gut geschafft, da die verschiedenen Themen mit reinzuziehen. Aber das wollen wir nicht machen. Wir wollen heute sprechen über Trennungen sozusagen. Ich wollte tatsächlich eigentlich jetzt heute die Aufnahme absagen, weil ich einen engen Freund habe, der ist so in so einer Trennungskinder-Sorgerecht-Situation. Und das irgendwie, keine Ahnung, hatte ich jetzt keine Lust über Sex zu sprechen. Und wie verhalten sich die Frauen und die Männer und keine Ahnung, irgendwie da so nichts plattes. Ich meine, wir machen ja echt wenig bis nichts plattes Dinge. Das wollte ich nicht. Aber passt auch nicht in deine Stimmungslage deshalb. Das ist halt bis jetzt in ernsthafter Empathie, auch weil du selber Kinder hast. Und deshalb ist das auch ein schönes Thema, finde ich, worüber wir reden. Ein wertvolles Thema, vor allem, weil sich viele damit identifizieren können. Wir hatten ja die Story gestern noch, der dieses besondere Treffen, wo es auch um Trennung ging. Aber okay, fang an ruhig. Erzähl was, wenn du möchtest. Also Geschichte ist folgende. Der gute Mann ist halt getrennt so seit drei Jahren. Und es gibt zwei Kinder, die in dem Spiel sind. Wie alt? Vier und sechs, also fünf, sechs, die ähnlichen Jungen, oder? Zwei Mädchen. Zwei Mädchen. Und da ist jetzt so, Einschulung ist halt so ein großes Thema. Und tatsächlich, du hattest ja in den Folgen davor verschiedene Thesen aufgestellt. So, insgesamt hast du gesagt, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Die Rolle der Mutter ist eine ganz, ganz wichtige Rolle, insbesondere dadurch, dass die Kinder in der Mutter heranwachsen. Und gerade in den ersten Jahren kann ein Vater sowieso kaum etwas tun, weil so die Biologie aus deiner Sicht so stark ist, dass, ich glaube, du hast sinngemäß gesagt, die einzige richtige Aufgabe des Vaters ist dafür zu sorgen, dass die Mutter sich gut fühlt. Die Hauptaufgabe, genau. Ja, die Hauptaufgabe, ich versuche dich hier aus dem Zusammenhang zu leisten. Nein, das versuche ich natürlich nicht. So, und jetzt ist die Situation so, dass die seit, ich glaube, drei Jahren getrennt sind, seit zwei Jahren geschieden. Und es ist… Drei Jahre getrennt, das heißt, die Kinder waren beide noch sehr klein, also eins und drei, eins und zwei. Wenn sechs und vier, dann drei Jahre getrennt. So. Die Kinder waren relativ klein. Plus, plus, minus zwei. Passierte auf den letzten Zeit, okay. Genau, ja, ist ja sicherlich nicht, also ideal, ne? Man versucht ja, oder viele versuchen, das zusammenzuhalten für die Kinder, aber ist dann so passiert. Ein sehr wichtiger Punkt, dieses Zusammenhalten. Also eines der Punkte, über die ich mir zehn bis 15 Jahre sehr intensiv den Kopf zerbrochen habe und sehr viele Menschen befragt habe, ältere Paare, jüngere Paare, aber vor allem Ältere, die die Erfahrung gemacht haben und auch Kinder, die betroffen waren, um mir dann eine Meinung zu bilden, so neutral wie möglich und abzugleichen mit meinem intuitiven Gefühl. Und mein intuitives Gefühl beschützt immer Kinder und ist immer so eingestellt, dass es um das Wohl der Kinder in erster Linie geht, weil sie halt die Schutzbedürftigsten sind. Und mein persönliches Empfinden war immer, dass die Eltern, da sie die Verantwortung haben, tatsächlich sich zurücknehmen müssen im Sinne der Kinder, solange bis das Kind alleine laufen kann, möchte ich mal sagen. Also alleine auch nicht physisch laufen, sondern auch psychisch laufen kann und stabil genug ist. Dann gab es natürlich Thesen dagegen und dann haben manche gesagt, nein, man muss auch sein eigenes Glück finden. Es bringt ja nichts, wenn Mutter und Vater unglücklich sind, dann sind die Kinder auch glücklich. Dann haben mir viele Trennungskinder gesagt, ja, ich bin froh, dass meine Eltern getränkt sind, ich konnte den Streit nicht mehr ertragen. Also es ist wirklich sehr variabel und sehr individuell. Darf ich da direkt eine Frage reinzustellen? Ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, pass auf, meine Kinder sind in mein Leben gekommen und nicht ich in deren. Von daher haben die sich anzupassen. Fand ich eine schwierige These, aber ich dachte, okay, wenn man den Gedankengang zu Ende geht und sagt, ich möchte ein glückliches Leben führen und möchte glückliche Kinder haben. Für die glücklichen Kinder ist es potenziell gut, sich nicht selbst aufzugeben, also die Eltern, wenn die Eltern sich nicht selbst aufgeben, dann kann man diesem Gedankengang potenziell folgen. Und der ist vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, nicht so ganz so abstrus, wie er auf den ersten Moment scheint. Und dann gibt es halt wieder die Gegenthese und sagt, pass auf, du hast die Kinder in die Welt gesetzt oder ihr habt die Kinder in die Welt gesetzt. Jetzt kümmert ihr euch darum, dass das auch vernünftig funktioniert. Was glaubst du? Ich glaube, ich bin dir sehr dankbar und ich habe es geschafft, dich ausreden zu lassen. Da bin ich dir sehr dankbar. Weil das Problem ist einfach bei mir, bei dem Ausreden ist, ich habe so viele Gedanken, ich weiß ungefähr, was du sagen willst und dann denke ich, bevor ich das glaube, ich weiß ungefähr und in der Regel passt das. Und dann möchte ich die Gedankengänge nicht verlieren, weil dann so viele Gedanken auf mich einströmen und die möchte ich dann wieder loswerden und nicht verlieren. Das ist leider das Problem, warum ich das mache, nicht irgendwie, weil ich denke, ich muss unbedingt so viel reden, ich ärgere mich selber dann im Nachhinein über meinen Redeanteil. Aber ich bin dir wirklich, wirklich dankbar, spüre ich gerade für das Thema, weil wir haben ja noch nie irgendwas geplant. Wir kommen einfach hin und denken, ja nach Gefühl, lass einfach mal machen. Und ich spüre gerade, dass ich sehr dankbar finde, das ist für mich wirklich eines der wertvollsten Themen überhaupt. Und ich bin dankbar, dass ich diese Gedanken loswerden kann und hoffe, den einen oder anderen Menschen oder die ein oder anderen Paare und Kinder da vor unnötigen emotionalen Schmerz bewahren zu können. Das muss ich ganz klar sagen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Also es ist für mich dieses Thema sehr wertvoll. Um darauf zurückzukommen, ich habe da sehr oft an der Wurzel der Problematik drüber nachgedacht. Das heißt, die Kinder werden ja nicht gefragt, ob sie, meine Sichtweise ist, die Kinder werden ja nicht gefragt, ob sie auf die Welt kommen möchten. Aus purem Egoismus, aus Verliebtheit, aus früher, aus sexueller Lust, aus dem Drang vielleicht auch, dass je mehr Kinder, desto reicher fühlen die sich, weil die Kinder können ja dann wieder weiter versorgen. Aber nie oder fast nie habe ich Eltern gesehen, die dachten, ich möchte den Kindern unbedingt das Leben schenken, weil ich ja so ein altruistischer Typ bin. Also das ist einfach nicht die Realität. Die Realität ist, dass die Eltern aus Egoismus, die Männer vielleicht auch, bevor es keine Verhütung gab, weil sie es nicht zurückhalten können und weil sie dann halt schwanger werden oder aufgrund der Liebe, weil sie noch sich fortpflanzen möchten, weil sie das ein größeres Gefühl der Verbundenheit haben möchten und dann auch das nicht kontrollieren möchten, ja, die sexuelle Eokulation, dass die Frau dann schwanger wird. Also hat das Kind sich das ja nicht ausgesucht und sagt, ach, ich übrigens, ich wollte so gern auf die Welt kommen, genau mit diesen Eltern. Ist natürlich ein sehr philosophischer Ansatz auch und eine große philosophische Diskussion, vielleicht auch eine Glaubensdiskussion, die wir hier führen, aber so tief will ich gar nicht da reingehen. Aber die meisten Menschen sollten sich einfach mal fragen, wenn die es sich hätten aussuchen können, wären sie, also angenommen es gibt das, imaginär kann man sich ja mal vorstellen, wären sie in dieser Situation mit diesen Eltern und all dem auf die Welt gekommen? Hätten die gesagt, ja bitte bringt mich auf die Welt und da kann ich dir sagen, in verschiedenen Ländern, es gibt so viele, die sich wünschen, nicht auf die Welt zu kommen, nicht nur die, die suizidal sind und sich umbringen und dann sagen, endlich bin ich befreit aus dem Gefängnis des Lebens und endlich bin ich vom Schmerz befreit, wenn ich mir die Briefe anschaue von vielen Selbstmordkandidaten, ja, die dann den Tod als die Befreiung sehen. Dann bin ich mir relativ sicher, dass die hätten, die es sich aussuchen können, ob sie leben oder nicht leben, gesagt haben, tut mir eingefallen, lasst mich da, wo ich bin, kein Interesse. Deshalb habe ich ja so stark für den Elternführerschein plädiert, weil das ist für mich ein purer Egoismus zu entscheiden, ja, wir sind so toll und wir haben dem Kind ja das Leben geschenkt. Und wer hat denn nach dem Geschenk gefragt? Ich bin mir nicht, also es ist nur eine Vermessenheit zu glauben, dass jeder Mensch glaubt, dass er dem Kind damit etwas schenkt. Wenn das so wäre, wären ja alle Menschen glücklich. So ist es aber nicht. Wenn ich in eine sehr schwere familiäre Situation komme und da gibt es viele, drogensüchtig, Alkohol, Problematiken, Gewalt, ökonomische Probleme, Krieg, bla bla bla. Da will doch kein Kind auf die Welt kommen. Ich meine, so realistisch müssen wir doch sein. Das Leben geht doch nicht über alles. Das ist ja eine steile These, ne? Also du sagst, findest du. Das Ding ist, und das sage ich immer allen, die sagen, wir müssen über Soran reden, sage ich, die meisten Soran-Dinge sind so, im ersten Moment denkt man, spinnt dieser Typ? Hat der so noch alle im Schrank? Schließlich nicht auch. So, und dann ist häufig, ein, zwei Tage später, dass man denkt, scheiße, der hat recht. Ne? Und das ist nicht bei allen Dingen so natürlich, aber es ist ganz häufig gibt es, sagst du viele so, nicht intuitive Dinge, wo du denkst, naja, wo ich denke, nein, das kann so nicht stimmen und dann denkt man darüber nach und sagt, ach, ne, vielleicht hat er doch recht. So, aber du sagst, und das ist, finde ich, schon eine relativ steile These, dass alle Kinder oder alle, ja, fast alle Kinder, die meisten Kinder auf die Welt kommen aus egoistischen Motiven der Eltern. Sei es jetzt, die wollen sich fortpflanzen, die möchten ihre Gene weitergeben, die möchten gerne mit einem Kind zusammenleben, die möchten Enkelkinder haben. Das sind ja im weitesten Sinne alles egoistische Themen. Absolut. Was nicht heißt, dass sie dem Kind keine gute Umgebung schenken wollen. Absolut. Aber du sagst, der Kerngedanke ist nicht, es gibt irgendwo, ich sag mal, eine Seele, spirituell gesagt, und diese Seele soll geboren werden und ich will dieser Seele, ich möchte mein Leben opfern, dass die Seele groß werden kann. Das habe ich mir zu weit hergeholt. Kannst ja mal Menschen fragen, die sich umbringen möchten oder die üblich sind, die schwere Depressionen haben, ob die so gerne, wenn sie es hätten, wenn sie es sich hätten aussuchen können, ob sie unter den Umständen auf die Welt gekommen wären, mit diesen Eltern, mit diesen Umständen. Da bin ich mir sicher nicht. Ich mache den Eltern keinen Vorwurf, im Gegenteil. Jeder ist ja Opfer, erst mal seiner Gene und auch seiner Eltern und seines Umfeldes. Ich gehe bei den allerwenigsten davon aus, dass die negative Intentionen haben. Aber es geht nicht um die negativen Intentionen, es geht um den Schutz der Kinder, um den Schutz der Kinder, um nichts anderes geht es mir. Und wenn ich einen Eltern, wenn ich doch, wofür würde denn der Autoführerschein eingeführt? Doch damit Menschen im Verkehr geschützt sind, ja, damit nicht unnötig Verletzungen und Tod in Kauf genommen wird von Menschen, die unverantwortungsvoll oder unfähig sind, Auto zu fahren. Es kann folgenschwer sein, aber ein Kind auf zur Welt zu bringen, obwohl ich nicht dazu fähig bin, das vernünftig glücklich zu erziehen, das ist doch noch viel folgenschwerer. Und wie kann es dann sein, dass ich ohne Grundinformation, ohne ein Fundament von Information, also grundlegende Fehler mache? Das darf doch einfach nicht sein. Ich meine, wenn ich grundlegende Fehler in der Erziehung mache, dann kannst du dir die Uhr darauf stellen, dass es dem Kind nicht so gut geht, außer er hat sehr gute Gene. Außer er hat sehr gute Gene. Aber du sagst ja, dass du sozusagen den Eltern die Kompetenz absprichst, dass ohne einen Test, sei es jetzt Eltern, Führerschein oder was auch immer. Spreche ich Menschen beim Autoführerschein die Kompetenz ab? Nein, ich prüfe die Kompetenz. Wenn sie sie haben, bitteschön, kein Problem. Okay, aber du sagst potenziell, wenn jemand kein, um das Bild des Autoführerscheins zu benutzen, wenn jemand die Prüfung nicht schafft, dann darf der kein Auto fahren. Du kannst ja die Prüfung wiederholen. Ja, aber du … Solange bist du sie nicht, bestehst du nicht. Okay, aber Autofahren wäre demnach ein Privileg, was nur Leuten zusteht, die diese Prüfung bestehen, weil sie die Fähigkeiten haben. Und gleichzeitig sagt man, dass Kinder zu haben, ist kein Privileg, sondern das ist quasi ein Grundrecht. Sehe ich nicht. Spreche ich nicht ab, aber Autofahren ist auch ein Grundrecht, aber mit der Voraussetzung eines Führerscheins. Denn angenommen, ich habe zum Beispiel eine Präferenzstörung, habe schon zwei Kinder vielleicht missbraucht. Ja, mit welchem Recht soll dieser Mann oder diese Familie ein drittes Recht bekommen? Mit welchem Recht soll denn dieses Kind in diese Umstände oder die kommen eh mit zwei Kindern nicht klar, eins schon verhungert oder vernachlässigt? Warum sollte man denn, ist es ja nicht so, dass es zu mir nicht Menschen gibt auf dieser Erde? Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Also nochmal muss ich ganz klar sagen, für mich geht das Leben nicht über alles. Wir wollen ja ein schönes Leben. Wir wollen ja nicht einfach nur leben, um zu leben. Das sehe ich einfach nicht so. Sonst würde sich kein Mensch umbringen oder unglücklich sein. Das funktioniert doch so nicht. Das Leben ist doch nicht, dass man sagt, ich lebe, ich bin so glücklich zu leben. Guck dir, wie viele Menschen nach Selbstliebe, nach Liebe suchen und nach Glück suchen, die ganzen Bücher. Warum ist das so? Das hätte man sich sparen können bei vielen, wenn man die Eltern rechtzeitig informiert hätte und erzogen hätte, wie man Kinder erzieht und denen Informationen gibt, damit sie grundsätzliche Fehler nicht machen. Wo gibt es denn sowas für das Wichtigste auf der Welt? Guck mal, wenn ich doch ein gesundes Fundament kreiere, mit gesunden Kindern, habe ich auch eine gesunde Zukunft. Also was soll es denn Wichtigeres auf dieser Welt geben, als Informationen werdenden Eltern zu geben, wie sie grundsätzliche Fehler vermeiden können. Und es ist ja nicht so, dass ich sage, okay, Elternführerschein nicht bestanden, auf Wiedersehen. Du hast noch mehr Chancen, aber das Jugendamt hat eine Chance, schon rechtzeitig einzugreifen. Und dann werden kompetente Leute, Psychologen und die Gerichtsbarkeit schauen, ob sie sagen, okay, wir empfehlen, dass diese Familie keine Kinder bekommt. Ich meine, diese Diskussion ist damals aufgekommen wegen Abtreibung oder nicht Abtreibung. Ja, aber stopp, stopp, stopp. Lass uns mal eins nach dem anderen versuchen durchzugehen. Also, du sagst, Elternführerschein, da hängen ja ganz viele Probleme dran, die potenziell unlösbar sind. Wer entscheidet das? Aber stopp, stopp, stopp. Langsam, langsam, langsam. Was sind aus deiner Sicht die Fähigkeiten und Qualifikationen und Eigenschaften von jemandem, der einen Elternführerschein bekommen soll, beziehungsweise qualifiziert ist, ein Elternteil zu sein? Es gibt ja grundsätzliche Dinge, wo man weiß, die sind fundamental. Das heißt, übermäßige Gewalt an Kindern, nicht jegliche Form von, man möchte ich gar nicht sagen. Man muss ja realistisch bleiben, wir können ja keine perfekten Eltern machen, aber wenn man sieht, Vater oder Mutter neigen zur extremen Gewalt dem Kind, Kinder, zur Vernachlässigung, sind mit ihrem eigenen Leben überfordert. Du musst ja nur in Kinderheime gehen und dann siehst du, wie viele Eltern maximal überfordert sind. Die Mütter alkoholabhängig, drogenabhängig, schwer depressiv und so weiter und dann wird sie noch mal schwanger. Ja, klar gab es ja die Möglichkeit abzutreiben, aber dann, das ist ja die Diskussion gewesen aus der Abtreibung heraus, was macht man? Und da war meine These immer, bewahrt doch, wenn die Umstände schlecht sind, bewahrt doch das Kind vor der Chance, dass es ein schlechtes Leben wird. Ich meine, vielleicht wird es ja noch mal geboren. Wenn ich ja noch nicht geboren bin, kann ich ja auch nicht traurig darüber sein, dass ich nicht lebe. Aber wenn ich einmal auf der Welt bin und das Leben ist scheiße, dann ist es schwer, einen Exit zu nehmen. Das ist das große, ein Kind kann ich ja jeden Tag wieder machen, aber wenn es einmal da ist, da gibt es kein Zurück mehr. Ja, und das ist meine Einstellung auch zu der Erziehung, da kommen wir jetzt zum Glück wieder zurück. Ja, das heißt, ich muss alles dafür tun als Eltern, das habe ich schon mal gesagt, alles Menschenmögliche dafür tun, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und da muss ich mich zurückstellen, meiner Meinung nach, so weit wie möglich, natürlich nicht zu weit, dass ich auch keine Kraft mehr habe, ja, in der Beziehung überhaupt noch positive Gefühle zu vermitteln, gar keine Frage. Ist ja logisch, ist ein schweres Feld, kann man nicht generalisieren, ich kann jetzt nicht sagen, alle Eltern, wir müssen jetzt das machen oder das. Ich habe selber auch viele Fehler gemacht, mache ich heute noch in der Erziehung, leider Gottes, obwohl ich es vielleicht besser hätte wissen müssen. Ja, das ist sehr komplex, aber ich glaube, so grundlegende, grobe Fehler, die das Kind fundamental in dem Glücksempfinden oder in dem Empfinden, Liebe empfinden zu können oder auch geben zu können, zerstört, das ist schon hart. Das muss man nicht haben. Zwei große, verschiedene Perschuhe aus meiner Sicht. Du sagst einmal, schwere Suchterkrankungen, wie jetzt schwere Drogen, Alkohol, Gewalttätigkeit, Potenzial. Spielsucht. Spielsucht, Pädophilie, das ist ja ein sehr, sehr, ich würde mal sagen, ein kleiner Teil der Gesellschaft, aber das nur, weil man nicht spielsüchtig ist oder nicht drogenabhängig, heißt es dann aus deinem Sicht… Transgender ist auch ein kleiner Teil, aber wird ein Riesenthema draus gemacht, noch ein viel kleinerer Teil, aber ist ein Riesenthema. Okay, aber was ist mit, also du sagst grundsätzlich schwere Drogenabhängigkeit oder halt eben… Die Neigung zu Gewalt, Verwahrlosung. So, aber du sagst nicht, jeder muss studieren oder ein Mindesteinkommen haben oder… Ach, niemals, warum? Okay. Sehe ich überhaupt nicht so. Also ich bin ja kein Freund vom Spiel oder mit Geld, habe ich ja schon mal gesagt, ist für mich jetzt kein Indikator für eine glückliche Kindheit. Das sehe ich nicht. Kann einer sein, muss aber nicht, also sonst wäre es ja so, dass in den reichen Ländern alle Kinder potenziell glücklicher werden. Ist ja nicht der Fall. Sollen die nichts lernen für den Elternführerschein, für den vermeintlichen? Wer, die Eltern? Ja. Ja, natürlich sollen die was lernen. Was sollen die denn lernen? Ja, grundlegende Dinge wie die Psyche des Kindes, wie die Schwangerschaft, wie wichtig die Schwangerschaft ist. Ein ganz wichtiger Punkt, alleine das schon zu wissen, ja, was für eine Verantwortung die tragen, wie viele Dinge man in der Schwangerschaft schon verkehrt machen kann. Oder auch richtig machen kann. Musik hören, die richtige Musik hören, tanzen, sich bewegen, was für Nahrung. Ich meine, das ist ja logisch. Ich meine, das Kind ernährt sich ja von der Nahrung der Mutter. Wann muss sie aufhören? Wie viele Monate vorher muss sie aufhören? Zigaretten oder Alkohol? Alle die Dinge, die das Blut ungesund machen, was dann an das Kind weitergegeben wird, ja? Und die Nahrung, die die Mutter in sich aufnimmt, nimmt das Kind ja auch auf. Und dann wird das Immunsystem bestimmt nicht stärker dadurch, logischerweise, wenn ich ungesunde Nahrung habe. Das ist ja ganz klar. Ich meine, wenn ich Schrottöl in den Motor tue, kannst du die Uhr draufstellen, dass der nicht lange hält. Da geht der auch im Arsch. Das ist ja nichts anderes. Weißt du, das Essen ist ja unser Öl. Glaubst du, dass es die meisten Menschen nicht wissen oder nicht machen? Beides. Sie haben die Disziplin nicht. Manche, also vielen ist, guck mal, wenn es an einen Führerschein gebunden ist, müssen sie sich damit konfrontieren. Du kannst ja auch sagen, es war ja auch eine Zeit, da gab es keinen Führerschein. Konnte ja jeder fahren, wie er will. Manche sind auch super gefahren. Aber der wurde ja deshalb eingeführt, weil die sagen, wir können noch mehr unnötige Unfälle und Todesfälle verhindern. Und das sehe ich genauso. Man kann da einfach unnötige Dinge, die hinter die Gesellschaft, es ist auch einfach ökonomisch viel besser. Weil diese Kinder kosten ja unheimlich viel Geld hinter, wenn die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Ein Leben lang Arbeitslosengeld. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Der kann ja nicht mal, selbst wenn er wollte, ein produktiver Teil der Gesellschaft werden. Also investiere ich doch lieber am Anfang ein bisschen Geld. Aber diese Nachhaltigkeit haben die Politiker ja nicht, weil sie eh nur vier Jahre gewählt werden. Die scheißen doch darauf. Das interessiert die doch überhaupt gar nicht. Die sehen doch nur ihr eigenes Ding und die, die es interessiert, werden kaputt gemacht, weil es nur um die kurzfristige Besetzung der Ministerien geht. Ein bisschen Ego, ein bisschen, aber die haben doch kein langfristiges Denken. Wenn ich als Fußball- oder Nationaltrainer da hinkomme und sage, du hast einen Zwei-Jahres-Vertrag, habe ich doch nicht dasselbe, als wenn ich wie früher 20 Jahre, wie Jupp Heynckes, dem Werder Bremen. Das ist eine Institution. Dieser Mann bringt doch ein ganz anderes Herzblut mit. Wenn ich weiß, ich muss auch noch in zehn Jahren die Verantwortung tragen und in 20. Das ist doch was ganz anderes. Was für andere Fähigkeiten sollten denn Eltern lernen, außer Ernährung während der Schwangerschaft, damit die deinen Eltern Führerschein bekommen? Grundsätzliche Dinge. Das heißt, Ernährung, Bewegung, wie wichtig das ist. Natürlich auch die Veränderung von Substanzen, wie man die ersten paar Jahre, wie wichtig das ist, dass die Mutter dann viel Zeit und viel Geborgenheit, viel Liebe gibt. Wie geht sie damit um, wenn das Kind schreit? Lasse ich ein Kind schreien? Gehe ich hin? Wann ist die richtige Zeit, ein Kind vielleicht auch mal schreien zu lassen, damit ich es erziehe, das nicht alles haben kann? Wie individuell sind die Charaktere? Wie wirkt sich die Natur der Biologie auf das Kind? Also so grundsätzliche Dinge, die einfach ein viel besseres Verständnis für das Kind aufbringen. Kann das jeder lernen? Das kann jeder lernen. Natürlich kann das jeder lernen. Das sind ja keine großen Dinge. Früher haben das die Großeltern vermittelt oder es war ja auch schon so, dass in kleineren Gesellschaften das leichter war. Heute gehen die Menschen ja so daran, als wäre das eine Selbstverständlichkeit. Es gibt ja keine größere Verantwortung auf der Welt. Was soll es denn größere Verantwortung geben, als ein Kind auf die Welt zu bringen? Ein kleines Wesen, was voll abhängig ist von dir. Ein lebendiges Wesen im Bewusstsein, was du zu einem wundervollen, glücklichen Menschen machen kannst oder zum Totalschaden. Ja, ich kenne keine größere Verantwortung und deshalb auch keine größere Investition. Ob finanziell, Zeit, Liebe, alles. Da muss alles rein, all in. Da gibt es für mich keine Diskussion. Das heißt nicht, dass ich ein Kind verwöhne, im Gegenteil. Ich bin der Letzte, der Kinder verwöhnt. Weißt du? Was glaubst du, machen die meisten Leute heute falsch? Das ist sehr komplex. Also das ist, das ist, also ich, es ist auch sehr gesellschaftsabhängig, darf man nicht vergessen. Da musst du mich vielleicht konkret... Wir bleiben mal in Deutschland, in Deutschland, in Deutschland. Ja, in Deutschland ist es kein sehr kinderfreundliches Land, ja. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, wenn man sich die Infrastruktur für Kinder auch schon anschaut, ob Spielplätze und so, da sind andere ärmere Länder viel besser dabei. Aber alleine die Werbeindustrie, die ungesunde Nahrung, da fängt es ja schon an. Die Zeit, die eine Mutter hat, den Respekt, den sie in der Gesellschaft hat, für die Zeit, die sie sich nimmt, die viele ja gar nicht bekommen, den Respekt für die größte Aufgabe dieser Welt. Das sind schon so grundsätzliche Problematiken dann. Ja, dass das so als Nebenprodukt einfach mit herlaufen muss und in der heutigen Zeit auch dann in der Öffentlichkeit geteilt wird, in Instagram und sonstigen. Und das ist so ein bisschen Verkauf von sich selbst auf Kosten der Kinder. Und die Kinder spüren das ganz genau. Ich erinnere mich selbst an meinen eigenen, wenn ich mal so Videos und so gemacht habe. Der hatte immer ein schlechtes Gefühl dabei. Immer. Der hat sich immer so gefühlt, als nutze ich ihn aus. Und der hat vollkommen recht gehabt. Weil ich will mich vielleicht wichtig so tun, als wenn ich ein toller Vater... Aber das ist totaler Quatsch. Wenn ich ein toller, würde ich voll auf ihn eingehen und nicht versuchen, das irgendwo nach außen zu tragen. Und da habe ich sehr viele Fehler gemacht, was mir auch leid tut, muss ich sagen. Das heißt, du würdest, unterstelle ich dir mal, gerne Kinderfotos auf Instagram verbieten. Kinderfotos? Was heißt verbieten? Ich würde den Menschen das Bewusstsein darüber geben. So grundsätzlich würde ich es nicht sagen, aber über verbieten habe ich noch nicht nachgedacht. Aber ich würde auf jeden Fall das Bewusstsein schärfen, was es macht. Das heißt, wenn jetzt... Und ich würde Kindern auch ein Handy verbieten, bis... 16 oder 17, das ist ja wohl das Minimum. Wenn jetzt Leute zuhören, die Kinder haben, ich habe auch Kinder... Dann hätten die schon mal einen Tipp, den die mitgenommen haben. Nämlich tendenziell sollte ich überlegen, ob ich Kinderfotos, Kindervideos online zur Verfügung stelle. Beziehungsweise für mich selbst mache, weil das Kind ja eigentlich von einem Foto nichts hat. Wow, das ist ein schöner Punkt, den du sagst, was hat das Kind gefragt? Bitte fotografiere mich und tue mich ins Internet. Nein. Das Kind hat auch viel mehr, wenn du auf ihn eingehst. Wenn du fragst, was machst du, wie fühlst du dich, lass uns spielen. Wenn du zuschaust und das Kind kommt zu dir und sagt, Papa, guck mal, was ich kann, guck mal, was ich kann. Ja, und du... Ja, warte mal, Mann, du hast gerade so... Du siehst so hübsch aus. Das interessiert einem Kind einen Scheißdreck. Das Kind will deine Aufmerksamkeit. Deine Liebe will dir stolz zeigen, was es gerade gelernt hat. Was es gerade macht, will das den Glücksmoment mit dir teilen und stolz drauf sein und deine Liebe und Anerkennung dafür bekommen. Das will es. Das erfordert ja einen sehr, sehr hohen Grad der Selbstreflexion und Selbstkritik. Das, wenn Leute sonst ihren Salat fotografieren, den sie nur essen, weil die Leute auf Instagram sagen sollen, was man für ein geiles Leben hat, dann zu merken, ich liebe mein Kind, aber das Foto, was ich jetzt von einem Kind mache, mache ich eigentlich für mich und nicht fürs Kind. Das ist ja extrem komplex. Können das Leute wirklich verstehen? Also die fühlen das sowieso. Das fühlt man ja. Und ich rede ja aus der Praxis, ich habe es ja auch, mein Sohn hat es mir ganz klar gezeigt, nur trotzdem denkt er, okay, wenn es dem Papa gefällt, aber innerlich macht es ihn traurig, muss ich ganz klar sagen. Das fühlt man ja. Meine Mutter hat ja Empathie. Weißt du, die fühlt doch irgendwas, stimmt nicht, aber sie tut dann und verkauft das vor sich selber dann, als fände das Kind das schön. Ja, meine Tochter, oder die liebt das Fotos. Ja klar, logisch. Die können sich nichts Schöneres vorstellen, wie den ganzen Tag einfach benutzt zu werden, als, natürlich irgendwann sieht sie, die Mama ist dann glücklich, ja und dann sagt sie, ach, wenn ich Fotos für die Mama mache, wenn ich mich da als Fotomodell da hinstelle, dann ist Mama glücklich. Dann kriege ich die Anerkennung, die ich brauche. Und das verwechseln dann viele. Und du würdest sagen, lieber gar kein Foto machen und auf die importieren? Definitiv. Natürlich, man kann ja auch einfach zurückgehen, ob man als Kind es lieber gehabt hätte, wenn die Eltern den ganzen Tag Fotos machen, oder es kostet ja auch viel Zeit. Das darf man ja nicht vergessen. Wenn die Eltern so gehen, sowieso ganz da nichts zu tun, aber die beschweren sich dort in der Mitte, dass sie keine Zeit hören arbeiten. Aber für Fotos in Internet stellen, da haben sie den ganzen Tag Zeit, komisch. Egal, Mutter, Vater, Kind. Inklusive mir. Ich bin da leider nicht frei von gewesen. Zum Glück konnte ich mich davon befreien. Ich habe damals so einen Film gesehen, The Tree of Life, und da musste ich schon im Kino stark weinen. Da war mir bewusst, okay, ich muss meine überfürsorgliche Art und meine schon erdrückende Art fallen lassen. Da bin ich dann nach dem Film zu meinem Sohn gegangen und habe gesagt, ich muss dich freilassen. Da war er dann zwölf. Aber da wurde mir bewusst, da habe ich übertrieben. Das war purer Egoismus. Also ich habe mich als, gerne als guten Vater hätte sehen wollen mit meiner, aber dabei habe ich ihn gar nicht berücksichtigt. Das, was er braucht und was er will und was er von Natur aus für ein Charakter ist. Bei mir hat das vielleicht gewirkt, wenn man mich provoziert hat und gesagt hat, du wirst nie ein guter Engel, du wirst eh ein Penner. Ja, du wirst, habe ich gesagt, ich zeige euch das mal. Aber es gibt Kinder, die sind ganz anders. Die sind davon erdrückt. Gerade die heutigen Kinder, die war ich gespült. Die gehen da in keinen Konkurrenz. Die sagen, ja, vielleicht hat er recht, vielleicht tauge ich ja nichts, komm, noch eine Runde Play, sie spielen und noch einen kiffen und was. Verstehst du das? Das ist schon, da gehört eine Reflexion und Zeitinvestition zu. Aber ich habe ja im ersten Podcast schon gesagt, ich investiere lieber 15, 16 Jahre, um dann ein Leben lang Ruhe zu haben. Weil ich muss das nochmal wiederholen. Wenn man ein einigermaßen empathischer, liebender Mensch ist, ist man ein Leben lang mit dem Kind verbunden. Auch wenn ich es vielleicht vom Kopf her abschreibe, weil es irgendwas gemacht hat, was mir nicht gefällt. Wenn es dem Kind nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut. Also würde ich allen empfehlen, so viel Zeit und Energie in die größte Verantwortung, die es gibt, zu investieren. Einfach, um dann auch Ruhe zu haben. Und es ist nicht so schwer. Es ist ja nicht so, dass man dafür einen akademischen Abschluss braucht. Im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Man muss einfach nur ein natürliches Gefühl haben. Sich Zeit nehmen und die Wichtigkeit dessen überhaupt sehen und das nicht nur als Nebenprodukt sehen. Wie siehst du, du, ich kann heute nicht reden. Das ist nicht schlimm. Du redest super, ich verstehe dich. Wir können ja auch nonverbal kommen. Ich weiß, was du sagen willst, auch wenn du immer denkst. Wie siehst du die Verantwortungsverteilung zwischen Mutter und Vater? Das ist sehr individuell und die Frage natürlich auch, ob ich eine Tochter habe oder einen Sohn und dann nochmal, wie sehr Tochter oder wie männlich und feminin ist das Kind. Aber im Grunde sehe ich die ersten Jahre, habe ich ja schon mal gesagt, als das Fundament aufgrund der Verbundenheit, die Mutter bei einer Tochter sehe ich dann, je nachdem, wie stark die Anerkennung, das Anerkennungsbedürfnis ist der Tochter, dass auch der Vater ihr ein gutes Gefühl gibt. Ja, ich sehe das nicht so, dass man Töchter so stark forcieren muss, dass sie unbedingt independent und unabhängig und so stark wie möglich sind. Da werden sie hinter im Beziehungsleben Probleme bekommen, weil die Männer in der Regel nicht draufstehen, außer Kiffer, die dann eine Versorgerin brauchen oder super faule Menschen, die denken auch, soll die mal für mich machen. In der Regel sehe ich das nicht so, dass der Vater sagt, okay, wenn du die Beste wirst und die Schlauste und die Härteste und die Stärkste und die Durchsetzungsfähigste, dann liebe ich dich. Ja, sehe ich jetzt keinen großen Sinn drin. Aber ich sehe den Vater in der emotionalen Stabilitätsrolle. Ja, die Frauen sind in der Regel aufgrund ihrer Hormone emotional nicht so stabil und diese Stabilität, dieser, ich nenne das immer Fels in der Brandung, muss der Mann sein, in jeglicher Hinsicht. Der muss, wenn es hart auf hart kommt, wenn es schwere Problematiken gibt, da muss der Mann da sein, in erster Linie. Und das müssen alle fühlen und spüren. Und der muss auch der sein, der dem Kind klare Grenzen setzt, weil das fällt der Mutter in der Regel etwas schwerer, dann respektieren die Kinder das nicht ganz so. Kann auch anders sein, aber wenn die Mutter dann so ein Drachen ist, ist dann auch gefährlich. Wie siehst du diese moderne Welt von allen Eltern? Du willst in die Gender-Ecke dann? Nein, nein, überhaupt nicht in die Gender-Ecke, aber es gibt ja Ansätze dazu, zu sagen, das moderne Erziehungsverhältnis ist 50-50, Mutter, Vater, ein Wechselmodell. Zeitlich, oder? Genau, zeitlich ist das nach einer Trennung potenziell eben das Kind eine Woche bei dem einen ist oder zwei Wochen bei dem einen und zwei Wochen beim anderen, das ist 50-50 im Wechsel erfolgt. Ja, diese Fälle oder diese Anfragen habe ich tatsächlich sehr oft, weil ich mit einer Familienanwältin stark verbunden bin und wir diskutieren diese Fälle sehr oft. Und da geht es auch immer darum, welches Modell empfehle ich oder was würde ich sagen, was wäre für die Kinder das Beste? Ein Wochenmodell, ein Dreitagesmodell oder Wochenendmodell oder Zwei-Wochen-Modell. Es ist wirklich sehr individuell. Und die Gerichtbarkeit ist da eigentlich auch, muss ich sagen, ganz gut und investiert auch eine Menge Zeit da drin. Ich würde lieber Zeit investieren, dass es gar nicht erst zu der Trennung kommt und das würde ich sagen, das kann ich auch relativ gut. Natürlich ist die Grundeinstellung dessen, dass man nicht mal eben sagt, ja die Kinder sind ja froh und ich suche jetzt mein individuelles Glück und Trennung ist ja heute ganz normal und die Kinder sind ja glücklicher, die sind ja eh glücklicher, wenn wir getrennt sind, weil dann sind wir auch glücklicher. Da machen es sich die Menschen schon sehr einfach, weil das ist einfach nicht die Realität. Ein Kind hat den instinktiven Wunsch, die Eltern glücklich zu machen, weil es von den Eltern abhängig ist. Das heißt, wenn es sieht, die Eltern sind nicht glücklich, kann es oft sagen, ja Mama, ich verstehe dich, ja klar, trenne dich ruhig oder Papa ist schon okay. Aber das muss ja nicht sein, dass das Kind das wirklich auch fühlt, sondern dass es einfach das Gefühl der Eltern wahrnimmt und je nachdem, wie empathisch es oder nicht egoistisch es ist, einfach sich selber zurückstellt für das Glücksgefühl der Eltern, das vermeintliche Glücksgefühl der Eltern. Das darf man nicht unterschätzen. Also meiner Erfahrung nach im Durchschnitt ist ein 12 bis 12 oder 14 Jahre, wenn ich eklatante Dinge vorfelle, wie starke Gewalt, starke Schmerzen, jeden Tag nur noch Stresserei und Schreierei und dann würde ich wirklich empfehlen, so schön wie möglich, wenn ich es kann, sich zu trennen. Aber ich sage mal, beim ganz normalen Wahnsinn, ja, eine Telenovela gucken ja auch alle gern, das ist für mich noch lange kein Grund, also sich zu trennen und vor allem beim Kind das auch anzutragen, auch wenn man sich das einredet, dass ein 8-jähriges, 7-jähriges, 5-jähriges Kind wird schon stark erschüttert in seinen Erwartungen und Verständnis von Liebe und Familie. Das ist eine ganz brutale Erschütterung. Ein 14-, 15-, 16-jähriges kann vielleicht schon eher damit umgehen und hat einfach das Bewusstsein, um zu verstehen, okay, Liebe kann auch oder meine Eltern können auch streiten, es kann auch ein Problem geben. Ein 7-, 8-jähriges versteht das einfach nicht. Das möchte es verstehen und das möchte, das lügt, aber es kann es nicht nachvollziehen, weil die Hormone auch noch gar nicht da sind, um das überhaupt so aufnehmen zu können. Das heißt, du sagst, die meisten Trennungen sind eigentlich nicht richtig, weil man … Nicht nötig, würde ich sagen. Nicht nötig, weil es nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt worden sind. Es wurde nicht alles versucht. Es wurde nicht alles versucht. Absolut. Wenn aber alles versucht worden ist, was ja super schwierig ist, irgendwie zu dokumentieren oder für sich herauszufinden, dann sagst du, gibt es immer noch den Fall, dass Eltern eher wegen der Kinder zusammenbleiben sollten und das bis zu einem Alter von ungefähr 14, 15, bis das Kind selbst in der Lage ist zu verstehen, wie eine Beziehung potenziell funktioniert und dann kann man trennen. Dann würde ich genau so und ich habe es so gehandhabt, dass ich die Kinder gefragt habe. Und man wird es kaum glauben, viele der Kinder haben gesagt, ich verstehe meine Eltern, verstehen sie sich nicht, aber ich möchte noch nicht, dass die sich trennen. Und irgendwann sind die Kinder selber hingegangen und haben gesagt, jetzt könnt ihr euch trennen, jetzt verstehe ich das. Also man unterschätzt diese Purheit der Kinder in ihrer Empathie und in dieser selbstlosen Gefühl den Eltern gegenüber auch, was sie an den Tag legen können. Da sind die ganz stark unterschätzt und auch an dem Fairness-Gefühl, was die haben. Da können Kinder sich schon zurücknehmen, gerade in der Gefühlswelt. Wenn ich sie natürlich gesund erziehe, wenn ich die zu rein, der Goman und der Gewissen erziehe, natürlich auch nicht, was auch ein bisschen Veranlagung ist, aber dann fühlen Kinder das ganz genau. Und wenn die sagen, guck mal, ich kann das noch nicht vertragen, bitte versucht es noch weiter, dann ist das für mich keine Frage, dann ist doch die Entscheidung des Kindes da und die steht für mich. Die Entscheidung des Kindes ist für mich gesetzt. Ich sage dir warum, weil ich habe mich ja entschieden, das Kind auf die Welt zu bringen. Ich schulde meinen Eltern gar nichts. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe früher oft gemerkt, wo ich den Satz gebracht habe, dass viele Kinder auf einmal so erleichtert waren, sie hatten immer ein schlechtes Gewissen in den Eltern, als hätten die Eltern ihnen was geschenkt. Was haben die dir denn, ja das Leben, deshalb muss ich alles hinnehmen. Was ist das denn für eine Logik? Wer, hast du deine Eltern gefragt, bitte bring mich auf die Welt oder wollten die Minder schlafen? Wer hat denn gefragt? Also ich, also hätte man mich gefragt, hätte sie gesagt, kannst du drinbleiben. Kein Problem. Also wäre ich nicht sauer. Ich kenne das Leben ja eh nicht. Was habe ich denn verloren? Ich weiß ja nicht, was das Leben zu geben hat. Und wer will denn sagen, dass es nicht geboren zu sein, schöner ist, wie geboren zu sein? Wer will das denn sagen? Wer nimmt sich das denn raus, zu wissen? Wir wissen ja auch nicht, was nach dem Tod kommt. Wer weiß denn nicht, dass der Tod doch viel schöner ist, wie das Leben? Warum haben alle Menschen so eine Angst vor dem Tod? Weißt du doch gar nicht. Vielleicht ist der Tod doch viel schöner. Wie viele im Abschiedsbrief geschrieben haben. Endlich bin ich befreit von der Last des Lebens. Kann gut sein, will ich gar nicht ausschließen. Wir wissen die aber auch nicht, ne? Warum? Ja, hat ja keiner gesagt. Aber warum? Ja, aber wir tun ja so, als wäre das Leben alles. Und wir müssen alles dafür tun, dass Menschen 100 und 120 werden. Egal, noch 20 Jahre quälen an einer Maschine. Was ist das denn für eine Loke? Kann ich nie nachvollziehen. Wirklich, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Verstehe ich. Zurück zu dem potenziell siebenjährigen Kind oder sechsjährigen Kind. Wenn man ein sechs- oder siebenjähriges Kind fragt, sollen sich deine Eltern trennen? Also sollen ist zu viel Verantwortung, muss man etwas feinfühliger sein mit der Frage, weil das Kind könnte dann hinterher sich verantwortlich fühlen dafür. Aber ich würde fragen, was denkst du da drüber und wie viel würdest du empfinden, wenn? Und hast du vielleicht einen anderen Lösungsvorschlägen? Also ich habe Kinder immer involviert. Es kamen super Lösungsvorschläge von Kindern. Das glaubt man gar nicht. Kinder sagen, ja, ich glaube, das wäre nicht schlecht, wenn die mal zusammen in Urlaub oder wenn die mal eine Woche Pause machen. Kinder kommen auf super Ideen. Und das ist ja das Gefühl. Aber Eltern beziehen die Kinder ja gar nicht mit ein, weil sie die gar nicht als vollmündig sehen. Aber es geht doch nur um die Kinder. Sonst hättest du keine machen sollen. Wenn ich einen Fußballklub nehme als Trainer, kann ich ja nicht sagen, mir ist es scheißegal, wie es den Spiel angeht. Ja, ich meine, ich habe doch die Verantwortung übernommen. Willst du mich verarschen jetzt? Es kann doch nicht um mich gehen. Es geht doch um jeden einzelnen Menschen. Ich habe doch die Verantwortung getragen, wenn ich Politiker werde. Dann habe ich doch die Verantwortung übernommen. Dann bin ich doch verantwortlich dafür, meinem Volk so gut wie möglich zu vertreten. Deshalb finde ich die Schweiz ja so traumhaft. Weißt du, in zweierlei Sachen. Da wird abgestimmt, was die meisten wollen. Absolut. Ich meine, was willst du mehr? Das nenne ich eine Demokratie. Ja, und da sind alle Ausländer willkommen. Finde ich Hammer. Weißt du, wenn du zu mir zu Besuch kommst, bist du willkommen. Benimmst du dich nicht nach der Regen, kannst du wieder nach Hause gehen. Das ist ja wohl das Minimum. Das ist doch perfekt. Das ist doch fair. Mehr geht es doch nicht. Warum können andere Länder das nicht machen? Nach zehn Mal immer noch sich nicht anpassen können. Immer noch. Warum? Du kommst als Gast, verstehe ich. Das sind unsere Regeln. Hältst sie nicht ein. Auf Wiedersehen. Ja, funktioniert doch super das Modell. Aber jetzt sehe ich kein Problem drin. Zurück zu den Kindern. Ja. Zurück zu den Nicht-Schweizer Kindern sozusagen. Du sagst, wenn man Kinder fragt in Trennungssituationen, was schlagt ihr vor, dann sehen die potenziell Lösungen, die die Eltern nicht sehen. Vielleicht nicht immer. Ja, potenziell. So, und jetzt ist aber so der, wenn ich jetzt mir das so im Film vorstelle oder so die gemeine Geschichte, wie funktioniert das, dann kommen die Kinder nach Hause, irgendwie aus der Schule, Kita, wo auch immer und die Eltern sitzen am Tisch und sagen, du hör mal oder ihr hört mal, Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb und trennen sich jetzt. Das heißt, diese Einbeziehung der Kinder findet… Dieses haben sie nicht mehr lieb, müssen sie nicht mal sagen, je nachdem. Okay. Wie würdest du das denn… Ja, je nachdem, wie der Fall gelagert ist. Ich würde die Kinder fragen. Fragen, guck mal, ist euch aufgefallen, was denkt ihr über unsere Beziehung, denkt ihr, dass wir glücklich sind, so, weißt du. Ich würde die Kinder fragen und abholen, da wo sie stehen. Aber ist das nicht zu viel Last, denkt ihr, dass wir glücklich sind und dann… Das ist doch nicht zu viel Last, Kinder werden sehr gerne gefragt. Hör mal, Kinder lieben es befragt, so wenig. Ich kann dir Zivilgesagen, die lieben, die sagen, bitte kannst du noch mehr Fragen stellen, bitte, die nehmen sich ernst genommen in ihrer Meinung. Du wirst auch gerne befragt, oder nicht? Ja. Genau. Ich sage ja nicht, eure Antwort ist verantwortlich dafür, dass ihr was weiß ich was machen müsst. Also so viel Feingefühl traue ich den meisten Menschen ja noch zu, das rhetorisch so hinzubekommen. Aber spüren die das nicht? Ja, wenn sie spüren, spüren sie ja eh, dass zwischen den Eltern was nicht stimmt, dann sind sie eher froh, dass es angesprochen wird und nicht totgeschwiegen wird. Weil wenn die Kinder, die Eltern streiten und schreien und sagen, das Kind, ja, was ist denn, warum versteht… Und sagst, nee, das verstehst du noch nicht. Woher willst du das wissen? Du hast ja nicht mal gefragt, ob es das versteht. Vielleicht verstehst du es nicht. Das Kind versteht es vielleicht besser, als du denkst. Weil du musst ja Rücksicht auf die Gefühlswerte des Kindes nehmen. Natürlich auch auf deine. Aber du bist ja ein erwachsener Mensch. Es ist ja nicht so, dass das Kind die Verantwortung für dich übernommen hat. Du hast das Kind ja aus Egoismus auf die Welt gebracht. Und du hast es in keinem Geschenk gemacht. Das muss ich immer wieder sagen. Das Geschenk ist nur dann so, wenn es ein glückliches Leben hat. So, das heißt, das Kind ist auf die Welt gekommen durch den Egoismus der Eltern, ist dann auf der Welt und dann geht die Beziehung der Eltern auseinander. Und dann sagst du, wenn das so ist, versuch die Beziehung rumzureißen mit allen Mitteln. Und da haben wir, glaube ich, im letzten Jahr zweieinhalb Stunden drüber gesprochen, was macht eine gute Beziehung aus und wie rettet man das. Bravo. Das hat sich eigentlich intuitiv gut aufgebaut. Ja, tatsächlich, ja, tatsächlich. Und jetzt ist aber quasi so in unserer mentalen Reise dieser Status auch vorbei und die beiden Partner sagen, oh, eigentlich läuft es auf eine Trennung hinaus. Und lass uns aber nochmal, das sagst du jetzt, die Kinder befragen, wie die das sehen, wie die dazu stehen. Ist es aber dann nicht meistens oder nicht meistens, aber häufig so, dass Eltern sich gar nicht so bewusst sind, dass eine Beziehung kaputt geht, sondern dann schaut ein Partner sich nach einem anderen um, dann gibt es irgendwie eine Affäre und auf einmal ist die Beziehung kaputt, ohne dass es so einen richtigen Rekonstruktions- oder Analyse oder sonstigen diagnostischen Ansatz gegeben hat. Was ist die konkrete Frage? Die konkrete Frage ist, wie verhindert man, dass wenn jemand, sag mal, ein Partner ist in der Affäre und ist schon halb draußen und dann würde man die Kinder erst einbeziehen? Ist ja keine konkrete Frage, ne? Nö, ist nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. Ich habe das so gesagt, weil jetzt natürlich viele Gedanken in mir vorgehen und ich dann wieder abschweifen könnte. Deshalb wäre es nett, wenn da irgendeine konkrete Frage vor mir geht. Die konkrete Frage ist, was ist, wenn man in der Situation ist, dass ein Partner einen Vier hat? Du kannst so gut Fragen stellen. Ja, ich versuche es heute. Kein Problem, Ben. Du bist besser, als du denkst. Mach dir keine Gedanken. Danke sehr. Selbst in schlechter Form bist du immer noch besser wie die meisten anderen. Danke. Was sagen die bei mir immer bei einem Sex? Nein. Das war ein Witz. Selbst in schlechter Form. So war nur fertig von einer Lasterlüge. Der war gut. So, das heißt, das Paar ist jetzt, es hat sich auseinandergelebt, die haben aber nicht den konstruktiven Ansatz gewählt und gesagt, hey, wir sind jetzt nur noch irgendwie 80 Prozent zusammen und ich habe jetzt jemanden auf der Straße gesehen. Sondern im Streit. So, die sind im Streit. Es gibt potenziell schon anderen. Der eine ist schon halb aus der Tür raus. Und dann jetzt sozusagen zu sagen, liebe Kinder. Aber deshalb, Entschuldigung. Liebe Kinder, was wollt ihr? Was denkt ihr? Und eigentlich ist der Zug schon abgefahren, weil die Karten eigentlich schon gelegt sind. Dafür bin ich für die Einführung oder für die Konsultierung einer neutralen Instanz. Die gibt es schon mit Familienberatung, aber noch kompetenter und noch viel intensiver. Die muss vom Staat noch viel stärker gefördert werden. Denn oft ist es ja so, dass es sehr verhärtet ist. Logischerweise. Einer ist von Gandhi, die haben nicht geredet. Und die Dynamiken kenne ich ja hin und aus, die meisten auch. Und dann braucht es einfach eine neutralen Instanz, welche die Rechte und die Interessen der Kinder wahrnimmt. Die braucht es. Und das macht normal das Jugendamt, aber die sind leider Gottes vom Staat jetzt auch nicht so motiviert und so gut ausgestattet, dass sie das mit Herzblut. Es gibt viele sehr gute Mitarbeiter, aber das Jugendamt ist wirklich eine schwierige Institution. Und da glaube ich, dass vielleicht noch mehr Selbstständige, so ähnlich wie Sozialarbeiter, die dann mit Herzblut, vielleicht auch Nonnen und so, die wirklich das nicht als Beruf, sondern als Berufung sehen, dort sich einschalten, vielleicht auch ein bisschen die Wogen glätten können, nicht unbedingt die Trennung finden, aber so gut wie möglich die Interessen der Kinder wahrnimmt, bevor es zu Gericht kommt. Und das war auch das, was ich mit dieser Familienanwältin besprochen habe, diese Instanz einzuführen vor dem Gericht und vor der Familie. Weil die Anwälte wollen Geld verdienen, die forcieren das. Die Frau geht meist zuerst zum Anwalt. Und da habe ich schon böse Briefe an Anwälte geschrieben, kannst du mir glauben, wie sie es rechtfertig vor sich, moralisch rechtfertigen kann, so eiskalt zu sein, obwohl sie genau weiß, dass es den Kindern schadet, dass es der Beziehung schadet. Die sind ja schon verhärtet. Warum muss ich noch Öl ins Feuer gießen? Warum? Weil ich bin ja nicht Rechtsanwältin, Familienanwältin geworden, um mich finanziell daran zu bereichern. Doch, doch, doch. Weil jeder, der sagt, was ist mein Beruf, ich bin Anwalt, was für ein Fachgebietes Familienrecht, der muss seinen Lebensunterhalt davon finanzieren. So, der kann nicht sagen… Da gibt es einen Unterschied zwischen Lebensunterhalt, finanzieren und reich werden damit. Da gibt es ja einen gravierenden Unterschied. Weißt du, das ist ja die Pharmaindustrie, das ist ja genau dasselbe. Und ich habe ja Gesellschaften, ich habe ja in Gesellschaften gelebt und auch sehr gerne gelebt, wo das nicht der Fall ist, wo diese Berufsgruppen sich nicht bereichern können, überdurchschnittlich. Ja, und da wird ganz anders und viel ehrlicher beraten, ob in der Pharmaindustrie oder in der Rechtswissenschaft ist genau dasselbe. Ja, da werden ganz andere Medikamente verschrieben und da werden auch ganz andere Briefe geschrieben und ganz andere Mechanismen eingeführt, um die Familie zusammenzuhalten, komischerweise. Da geht es. Also der Punkt, dass ich damit Geld verdienen kann, ja, also angenommen, die würden Geld dafür bekommen, dass sie die Interessen der Kinder wahrnehmen und die Beziehung zusammenhalten. Das wäre eine gute Möglichkeit. Das finde ich gut. So wie es früher in China war, dass der Arzt nur Geld bekommen hat, wenn er seinen Patienten gesund hat. Also sobald er krank wird, hat er einen scheiß Job gemacht, mehr oder weniger, weil er nicht auf die Ernährung und Sport und so weiter geachtet hat. Ja, aber es ist ja so, dass ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Anwälte in Deutschland, die richtig schlecht verdienen. Das heißt, es wird immer irgendwie, also ich glaube, das durchschnittliche Gehalt eines freischaffenden Anwalts ist wirklich, ist... Außenbrutto oder vier. Nee, weniger tatsächlich. Weniger. Also es gibt tendenziell zu viele Anwälte. Das ist ja, also es gibt ja keine, kein Cap für diese Berufsgruppe. Das heißt, jeder kann Jura studieren. Jeder kann sich so einen Zettel holen und sagen, ich bin Anwalt. Jeder kann Jura studieren? Du hast ja... Ja, natürlich, aber nicht jeder kann Taxi fahren, weil es Taxi-Lizenzen gibt und die sind in der Anzahl begrenzt. Nicht jeder kann sich als Arzt niederlassen, weil es gibt Kassensitze, die begrenzt sind potenziell. So Anwalt kann erstmal jeder werden und jeder, der das Studium hat und die Genetik hat und den Willen... Das ist viel Willen. Nee, nee, wirklich. Also Jura ist viel auswendig, ich nenne viel Willen. Das ist schon, da muss ja schon einiges können. Jura ist viel auswendig lernen. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nur, dass der Staat das nicht reglementiert und dass es potenziell zu viele Anwälte geben könnte und die sind nicht alle reich, sondern die müssen das Mandat annehmen, auch wenn die sehen, der oder die ist, keine Ahnung, schuldig, was auch immer, sondern die müssen das eben annehmen. Ja, finde ich... Eine Lanze für die Anwälte brechen, ja. Ja, sehe ich wirklich nicht so. Also sehe ich einfach nicht so, denn selbst der schlechtverdienendste Anwalt verdient immer noch wer wie, was weiß ich, ein Bademeister oder wie ich als Masseur vielleicht... Nee, du als Masseur oder ein Masseur und Bademeister. Nee, Quatsch. Aber du weißt, was ich meine. Also ich kann mir dann Berufszweig, ich kann ja Wirtschaftsanwalt werden, aber als Familienanwalt sind für mich auch gewisse moralische Attribute gefragt und eine gewisse Empathie gefragt, weil da kann ich Familien zerstören mit meiner Beratung oder Nichtberatung oder mit meinen Schriftsätzen. Da kann ich Existenzen zerstören, da kann ich Männer mit diesen Briefen, mit Vorwürfen, mit falschen Vorwürfen, die ich der Frau einfach vielleicht glaube, die sie gerade auch so empfindet, um sich da rauszureden, in den Selbstmord treiben. Da treibe ich so viele Männer in das Gefühl, sich nicht mehr um die Kinder kümmern zu wollen, was sie eigentlich nicht wollten, weil so ein Hass geschürt wird von beiden Seiten, weil so viel Öl ins Feuer gegossen wird, dass die Kinder darunter leiden. Auf einmal wird alles hochgeholt, schmutzige Wäsche gewaschen und anstatt der Anwalt, man sagt, schauen Sie mal, anstatt der Anwalt die Empathie hat für das Kind und denkt, wenn ich das jetzt schreibe, Mensch, dann wird es noch schlimmer und wie gehen die dann, so weit denkt er überhaupt gar nicht, ist nicht meine Aufgabe. Ich glaube, das müsste man, das sehe ich anders, das ist auch, weil das ist eine große Verantwortung, eine viel größere, als man denkt. Da wird in der heutigen Zeit in dieser Rechtsform sehr viel mit zerstört. Ich sehe da sehr viele unglückliche Männer, man muss sagen, diese Vorwürfe kommen dann von der Frau dem Mann gegenüber, weil in 90 Prozent der Fälle trennen sich die Frauen von den Männern, muss man ja ganz klar sagen, das ist einfach Statistik. Ob berechtigt oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber deshalb macht sie dann ja auch die Vorwürfe, ja, in der Zeit und dann geht es ja darum, welches Modell bekommen wir und dann sind die ja meist schon so verhasst, dass eine normale Konversation nicht mehr möglich ist, aber deshalb kannst du mir vielleicht den Fall von dem Bekannten auch sagen. Ja, lass uns nochmal so allgemein weitergehen und dann versuchen wir das mal auf das Beispiel anzuwenden. Du hast gerade gesagt, das ist schlecht für Männer, weil die Frauen die Trennung einreichen, dementsprechend erheben die Frauen Vorwürfe, aber genauso gibt es ja zwei Parteien, das heißt auch die Frau kann sich trennen, zuerst zum Anwalt gehen, dann kann der Mann ja trotzdem Vorwürfe erheben. Das wird ja auch immer passieren, das passiert ja auch, das beschmeißen sich beide Seiten mit der dreckigen Wäsche der letzten Jahre sozusagen. Da geht es mir jetzt auch nicht darum, Mann, Frau, mir geht es um die Kinder. Ja, okay, dir geht es um die Kinder. Das heißt, da wird jetzt dreckige Wäsche gewaschen und dann werden potenziell Beziehungsthemen vermischt mit Kinderthemen und aber eigentlich sind sich ja alle darüber einig, dass das Wohl der Kinder im Mittelpunkt stehen. Das sind nur Phrasen. Wenn das Wohl der Kinder im Mittelpunkt stehen würde, würden viele Dinge, die egal ob von Mann und Frau gemacht werden, nicht gemacht. Das sind nur Phrasen. Beide wissen, dass bei dem Verhalten, was sie an den Tag legen, das Wohl der Kinder, was ich verstehen kann, aus Verletzung, aus Schmerz, man ist ja auch nur ein Mensch, man ist ja kein Übermensch, die wenigsten schaffen es, sich emotional so frei zu machen und so stark zu sein, zu sagen, okay, ich nehme meinen Hass zurück, meine Enttäuschung, das, was der gestern im Video gemacht hat, hier, unser super Künstler über die Trennung, ja, also hat schon Traum, wie der das beschrieben hat, all den Schmerz, all den Hass, all den, nicht abzuladen auf seine Frau, sondern zu sagen, ich nehme mich zurück im Sinne der Kinder, das schaffen halt die wenigsten, angenommen, die Frau hat jetzt einen neuen und so weiter, das tut vielen schon weh oder der Mann hat eine neue, ja, dann ist es genau dasselbe, dann ist es vielleicht sogar noch schlimmer für die Mutter manchmal und dann sagt sie, jetzt gebe ich dem nicht noch die Kinder angenommen, er will sie dann haben, er will sie nicht haben, dann kriegt er genauso die Vorbefüge. man versucht die Verletzungen, die man erfahren hat, durch den Partner, man verhält sich da nicht so, dass man ihm das verzeiht, um den Kindern ein gutes Gefühl zu geben, das schaffen die wenigsten und das kann ich auch verstehen, dass sie es nicht schaffen, aber deshalb braucht man eine neue, eine neutrale Instanz, die den Hass ein bisschen wegnehmen, die die Spannung rausnehmen, weißt du? Wie schafft man diese neutrale Instanz? Du hast gesagt, Familienrechtsanwälte, die auf einer Seite stehen und schreien, das bringt wenig und du sagst, das Kernproblem ist eigentlich der Hass im weitesten Sinne der einen Person auf die andere und vielleicht ältere Menschen, Rentner, die das vielleicht auch umsonst machen, einfach die das durchlaufen haben, die viel Erfahrung im Leben haben, die ein Interesse an Menschen haben, die haben ja auch Zeit, dass die involviert werden, neutrale Personen, die Rentner, die freuen sich doch, wenn sie anderen Menschen, also kompetente, sage ich jetzt kompetent, heißt vielleicht ehemalige Lehrer oder Sozialarbeiter oder Menschen, die sich sowieso, oder Kinder kennen, die sich sowieso mit den Thematiken gerne aus, oder einfach Erfahrene, die selber fünf Kinder haben, sieben Kinder, die selber das durchlaufen haben, Menschen aus dem Leben einfach, die ein Interesse an anderen Menschen haben, das reicht doch vollkommen. Wie oft glaubst du, sind diese Konflikte lösbar und wie oft sind die nicht lösbar? Welche Konflikte genau? Diese Konflikte nach der Trennung hassen sich beide und waschen die dreckige Wäsche. Was bedeutet lösbar? Sag mir genau, was mit lösbar ist. Ist es so, dass einige Jahre später ein konstruktives Verhältnis zwischen beiden Parteien herrscht? Einige Jahre später spielt sich das ja eh ein, so ein bisschen meistens, zum Glück. Es geht ja um die heiße Phase, da wird ja viel kaputt gemacht. Was ist die heiße Phase? Die heiße Phase ist, wenn es um die Trennung geht, wenn es darum geht, wie wird was verteilt, wer kriegt die Kinder und also ich möchte mal sagen, ein halbes Jahr vor der Trennung und danach oder ein Jahr, ein, zwei bis sich das dann, manchmal ist es auch leider so, dass dann gar kein Kontakt mehr, nie mehr zum Vater kommt und so prozentual gesehen in 30 Prozent der Fälle vielleicht, dass dann gar kein Kontakt mehr entsteht. Also ich habe sehr, sehr viele Fälle aufgelöst von vor allem jungen Mädchen, die keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater hatten. Das passiert sehr oft. Und der Punkt ist, dass ich festgestellt habe, das war ungefähr vor 15 Jahren in Kuba, dass ich erkennen konnte glücklicherweise, welche Frauen oder Mädchen oder junge Mädchen in welchem Alter die Suche nach ihrem Vater anfangen. Das ist sehr interessant. Das war sehr interessant. Es ist intuitiv. Angenommen, die Mutter hat aus ihrer Verletzung heraus den Vater oder die schlechten Seiten des Vaters besonders beleuchtet, möchte ich mal so politisch korrekt sagen, ja, weil sie das so empfunden hat und ständig darauf herumgeritten. Also ist das Kind indoktriniert mit der Negativität des Vaters, mit den negativen Seiten und deshalb wollte sie auch keinen Kontakt. Und irgendwann, zwischen 15 und 17 in der Regel, macht das Kind sich frei davon und denkt vielleicht, es entsteht eine natürliche Neugierde, egal ob der Stiefvater da ist, hat damit nichts zu tun, eine natürliche Neugierde, seinen biologischen Vater kennenzulernen. Also angenommen, das wurde verwehrt, der hat dann Alimente nicht bezahlt und der Hass kam. Sehr viele Fälle, sehr oft passiert. Und intuitiv kommt dann der Wunsch, den kennenzulernen, obwohl viele einen sehr guten Stiefvater hatten. Aber trotzdem sucht der Mensch intuitiv nach dem Teil, aus dem es entstanden ist. Egal, was die Mutter gesagt hat. Das ist sehr interessant. Und ich hatte mir dann angeeignet, zu verstehen, wenn ich ein Mädchen gesehen habe, zwei Sätze mit ihr, wusste ich, okay, und dann habe ich ihr gesagt, kann das sein, dass... Dann habe ich gesagt, ja, woher weißt du das? Dann wusste ich, okay, ich liege richtig. Vorher lag ich natürlich auch einige Mal falsch. Habe dann geguckt, warum waren meine Analysen falsch? Wo habe ich nicht darauf geachtet? Was war das Detail? Warum habe ich das in sie reinprojiziert oder auch nicht reinprojiziert? Warum habe ich es nicht gesehen? Da habe ich mir natürlich Tag und Nacht Gedanken darum gemacht, bis ich das dann optimiert habe. Und dann funktionierte es in 90 Prozent der Fälle. Möchte ich mal sagen, dass ich das erkennen konnte. Und dann konnte ich, ich habe wirklich keine klare Statistik gemacht, aber ich sage mal, von zehn acht dazu bringen, wieder Kontakt zu dem Vater zu bekommen. Einfach, indem ich ihr gesagt habe, dass das, was die Mutter über den Vater erzählt hat, ihr Gefühl war, dass das vielleicht gar nicht so ist, dass es auch Seiten an dem Vater gibt, die sie gerne kennenlernen möchten, sonst würde er ja gar nicht aufkommen. Und dann sagen sie, aber wenn, soll der Vater sich doch melden, ist doch seine Verantwortung. Stimmt absolut, aber Väter bekommen dann Angst, Angst vor dem ganzen Gefühl, was dann kommt, der Verantwortung, dem schlechten Gewissen, was er hat. Der hat sich dann einmal befreit. Und ich freue mich, wenn das Kind dann und versuche, das Kind zu supporten in der Stärke dann, obwohl sie recht hat, ja, oder er recht hat, kann ja auch andersrum sein, bei der Mutter ist aber selten, ja, zu supporten, den ersten Schritt zu machen. Und das hat glücklicherweise oft geklappt, dass die sich kennenlernen. Ob die dann, bei manchen natürlich auch, vielleicht bei der Hälfte, dass sie dann ein einigermaßen normales Verhältnis hatten, bei manchen hat der Vater dann wieder Angst bekommen irgendwann, aber das Kind hat zumindest verstanden und wusste, okay, das, was mir erzählt wurde, war gar nicht so. Und man muss ja verstehen, wenn ich sage, du bist von einem schlechten Mann entstanden, habe ich natürlich ein schlechtes Gefühl auch von mir selbst. Ist ja logisch, das geht ja gar nicht anders. Weißt du, die Mutter sagte ja, dein Vater war so, dein Vater, dann sagt sie, ich bin ja ein Teil, also bin ich ja auch schlecht. Ja, und vielleicht lerne ich ja dann, hinzukommt natürlich, dass man denkt, der hat mich nicht geliebt, der hat nie bezahlt, der hat sich nie für dich interessiert. Kann ja sein. Aber vielleicht denkt er oft daran, hat ein schlechtes Gewissen, vielleicht tut ihm das weh, vielleicht verdrängt er das mit Alkohol, Drogen. Aber das heißt nicht, dass er das nicht fühlt. Im Gegenteil. Das heißt, es gibt die, sagst du, heiße Trennungsphase, ein halbes Jahr vor der Trennung plus so ein Jahr danach, so ein bis anderthalb Jahre, wo alles verteilt wird. Kinder wird verteilt, Geld wird verteilt, das neue Leben wird sozusagen strukturiert. Und wenn ich das richtig interpretiere, was du sagst, ist es häufig so, dass in, oder was, es gibt viele Fälle, oder es gibt Fälle, in denen, der Vater, den Zugriff auf die Kinder verliert, um den dann aber mit 15 bis 17 irgendwann wiederzufinden, wenn das Kind ein natürliches Interesse hat. Vielleicht gibt es dann auch ein zufälliges, zufälliges Treffen wahrscheinlich nicht. Aber dann entsteht der Wille im Kind, sich nach dem natürlichen Vater umzusehen. Das heißt aber auch, dass in diesen Fällen das Kind eben nicht mit ihrem natürlichen Vater in Kontakt von, dann, keine Ahnung, wenn die sich mit sieben trennen oder acht trennen, oder mit zwei, diese Zeit bis 15, 17 eben darauf verzichten muss. Das heißt, mittelfristig, sagst du, ist das Ende gut, aber gerade die wichtigen Jahre der kindlichen Prägung ist der Vater nicht Teil in vielen Fällen der kindlichen Entwicklung. Und das hat doch sicherlich, so unterstelle ich jetzt mal, einen sehr, sehr hohen Preis. Es hat dann einen hohen und noch höheren Preis, wenn er negativ geredet wird. Wenn die Mutter es schafft, wo viel Stärke zugehört, was ich, ich mache der Frau da wirklich keinen Vorwurf, weil es wirklich schwer ist. Emotional kann ich vollkommen nachvollziehen, ist auch andersrum schwer bei Kindern, hört das Rationale auf und da kann man oft nicht einfach die besten Entscheidungen treffen. Würde ich mir wünschen für alle, aber ist halt aus der Praxis her nicht möglich. Deshalb braucht man Menschen, die dann unterstützen, jemanden. Und in dieser Rolle sind viele Familien heute alleingelassen, auch weil sie keine Großeltern mehr haben und keine Freunde und zu viel in Arbeit eingebunden sind und so weiter. Und andere Problematiken haben, die aus dem Konsum heraus erwachsen, aus unnötigem Konsum. Die Problematiken, die Zeitprobleme kommen einfach alle aus unnötigem Konsum, der kommt von der Werbeindustrie, weil einige Menschen so reich werden wollen, dass sie sich dann halt besser fühlen und denken, dass das Leben dann geiler ist. Aber das ist so, wie sich das dann aufbaut, die Problematik, woher, also der Hintergrund dessen, du hast mich am Anfang gefragt, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Da könnte man natürlich auch anfangen, um das so ein bisschen, damit es gar nicht erst zu so vielen Trennungen kommt. Ja, jetzt ist die Trennung, wir sind jetzt quasi in unserer Struktur, die Trennung ist erfolgt und du sagst, idealerweise gibt es eine Institution, die schon vor der Trennung oder in der Trennungsphase neutral begleitet und nicht sich auf jede Seite stellt und das ist ja das, was häufig passiert. Auf die Seite der Kinder. Genau. Das wird oft schon reichen, um die Eltern wieder zusammenzubringen oder um die Eltern nicht so verhasst dastehen zu lassen, weil in der Regel, wenn eine Lösung für die Kinder gefunden wird, weinen beide und verstehen, dass sie beide in ihrem Hass gefangen waren. Weißt du, das habe ich sehr oft erlebt, also das habe ich zum Glück sehr oft. Das unterstellt ja, dass beide Elternteile irgendwie tatsächlich irgendwie ein Interesse daran haben, dass es dem Kind gut geht und die Fähigkeit. Und Interesse haben sie definitiv, aber der Hass wiegt oder die Verletzung wiegt oft schwerer, das ist das Problem. Also das Interesse haben die bestimmt, das spreche ich niemandem ab. Aber das Problem ist die Verletzung und der Hass und das Gefühl ist im Heim oder ihr Heim zahlen zu wollen, das wiegt schwerer. Und die Kinder zu instrumentalisieren, um dem Schmerz zuzufügen, das heißt, wenn der Mann dann zeigt, die Kinder bedeuten alles oder war halt so jemand, dann weiß sie, der hat mich verletzt, ich habe nur eine Möglichkeit, ich habe nur ein Tool, ihm das Geld wegnehmen und die Kinder wegnehmen. Und das tut ihm am meisten weh. Also werden die Kinder dafür benutzt, das rechtfertigen dann diese Menschen, in der Regel sind es ja die Frauen, weil sie das Recht bekommen, rechtfertigen sie vor sich selbst, dann mit irgendwelchen Ausreden, ja, das hätte sich anders benehmen können, bla 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 und hin und her. Und dass die Kinder dann so instrumentalisiert werden, wie zum Beispiel bei den Fotos, das kann man sich dann recht gut vor sich selbst rechtfertigen, tief im Inneren spürt man aber genau, dass es falsch ist. Gar keine, ist mir, also zigmal habe ich das beobachten können und auch zum Glück entkräften können, immer wieder. Ich habe dann gesagt, schreib den Kindern Briefe, schreib, wie du wirklich fühlst, schreib selbst deine Gefühle auf, schreib deinen Hass herunter, mach andere Dinge, die du dann nicht darauf brüßst. Du musst den Kindern sagen, was in dir vorgeht, damit sie dich verstehen und Kinder sind da sehr verständnisvoll. Wenn die Mutter oder der Vater zu viel negativ geredet hat, ist es dann schwer, dann können die Kinder auch manchmal zumachen, weil sie total überfordert sind damit, mit diesem Druck und total überfordert, die wissen nicht, wem sie glauben können, sie wollen nicht, sie wollen einfach, dass alles gut ist, sie wollen einfach, dass die Eltern sich nicht mehr streiten, mehr wollen die doch gar nicht. Weißt du? Und deshalb ist das dann schwer, aber wie gesagt, eine neutrale Instanz kann das dann auffangen, indem sie den Kindern sagen, schau mal, deine Eltern sind selber überfordert, die haben untereinander Streit gehabt. Man kann ihnen das sehr schön erklären und sagen, wenn du mal Streit mit deinen Freundinnen hast, dann ist das auch so und dann kommt jemand und danach versteht ihr euch ja vielleicht wieder gut und dann machst du vielleicht Sachen, die der andere gar nicht verdient hat, das tut dir hinterher leid. So ist das bei deinen Eltern auch. Sind ja nur Menschen, sind zwar deine Eltern, aber auch nur Menschen mit Fehlern. Jetzt haben wir diese neutrale Instanz nicht und vermutlich wird die auch nur morgen früh nicht vor neun gegründet. Das heißt, die Menschen da draußen müssen sich abfinden mit einer Struktur, in der eben so ein Familiengericht entscheidet, Anwälte daran verdienen, Trennung forciert werden. So, genau. Wir sind in einem System, wo Trennung forciert wird. Muss man ganz klar sagen. Findest du? Ja, definitiv. Siehst du doch. Erst mal der Druck, den beide Eltern haben, der Staat entlastet die ja nicht und sagt, wir sind voll auf Familien, damit die zusammenbleiben. Die wollen ja, dass die Frau unbedingt arbeitet, damit sie Bruttosozialprodukt steigert, damit sie konsumiert. Die größte Konsumentin ist ja in der Regel die Frau. Die kaufen ja sehr viel. Und dazu muss es natürlich Geld geben und dazu muss sie im Prozess sein. Und sie möchte sich auch selbst erfüllen. Das hat man ihr verkauft, die Lösung, dass sie glücklich ist, wenn sie selbst Geld verdient. Und das ist halt etwas kontraproduktiv zu einem leichten Familienleben, wo man viel Zeit investieren kann, weil die Zeit begrenzt ist. Das ist das Problem. Ist ja nur, wenn wir unendlich Zeit hätten, wäre das kein Problem. Man könnte ja arbeiten, aber haben wir ja nicht. Wir haben auch nicht unbegrenzte Energie, die wir haben, die die Mutter aufwenden kann. Arbeit, Stress, Haushalt, Freundinnen, ihren eigenen Spaß, Kinder. Woher soll die das nehmen? Wie wird er nicht entlastet? Und dann eine Nanny zu nehmen und da eine Hilfe und da ist doch alles Quatsch mit Soße. Das ist doch, da abschieben die Kinder aufs Hauptgleich. Dann macht doch lieber keine Kinder. Müsst ihr doch nicht. Gebt doch genug Menschen. Mensch, was wollt ihr mit den Kindern? Wenn ihr eh keinen Bock drauf habt, wenn ihr es selbst erfüllen wollt, ist doch kein Problem, macht euch doch niemanden Vorwurf. Ist doch alles gut. Aber tut doch nicht so, als wenn ihr dem Leben gefallen, den Kindern gefallen tut. Tut ihr nicht. Wenn ihr schon wisst, wir trennen uns eh, wisst ihr ja nicht, aber tief im Inneren wisst das ja doch. Was ist in Situationen, und die sehe ich tatsächlich in meinem Umfeld relativ häufig, dass es so ein Ungleichgewicht gibt. Du hast bisher immer gesagt, dass es gibt so einen gegenseitigen Hass und beide beschmeißen sich gegenseitig. So jetzt kenne ich verschiedene Situationen, in denen es so ist, dass eine Seite sagt, pass mal auf, ich fuck dich jetzt ab und die andere Seite sagt, ey, warum? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir haben hier ein, zwei, drei gemeinsame Kinder. Das hat ja eine Vorgeschichte. Genau, das hat eine Vorgeschichte, aber was tut man, wenn man die Vorgeschichte, idealerweise vermeidet man die, verstehe ich, wird es jetzt vermutlich sagen, wenn man aber schon, in Anführungsstrichen, in der Scheiße sitzt. Das heißt, die Trennung ist erfolgt, die Gegenseite hat gesagt, ich mache dich fertig. Ein sehr realistischer Fall. Und das passiert, meiner Meinung nach, in 80 Prozent der Fälle. Es ist genau so, wie du gerade beschrieben hast. Und dann kommen diese Männer zu mir, in der Regel, und fragen, was machen. Ich sage ja, ich biete alles an, ich biete alle Möglichkeiten an, aber die will mir einfach nur wehtun. Die ist gar nicht an einer Vernünftigen, denn die möchte diesen Schmerz und diesen Hass auf mich abladen. Die möchte mich einfach am Boden sehen. Das passiert sehr oft. Ich habe dann mit der Zeit ein System entwickelt, sehr empathisch, auf die Frau einzugehen, ihren Hass zu verstehen und ihr ganz klar aufzuzeigen, was das mit dem Kind macht und ob es ihr das wert ist. Ob das, sie hat ihren Hass abgeladen, okay, verstehe ich. Das Kind leidet darunter, weil es dann vielleicht kein Kontakt mehr zum Vater, weil der Vater ist irgendwann auch frustriert. Das kommt auf sie zurück und das wird noch mal viel schlimmer sein. Das setzt aber voraus, dass du oder je nachdem, wer das macht, Zugriff auf die Gegenseite hat, auf die Mutter in dem Fall. Das setze ich, also wenn ich das nicht habe oder ich versuche dann, Menschen in den näheren Umfeld, der eh nicht denkt, zu installieren, weißt du, oder versuche, halt da alles Menschenmögliche, damit sie von ihrem Hass runterkommt. Und das ist ja so, du siehst, zwei Menschen streiten sich, die schlagen sich gerade in der Situation. Ja, und dann denkst du, wer ist hier der Aggressor? Weißt du, der andere wird vielleicht, dann muss man halt, du kannst ihn vielleicht wegnehmen, dann müssen vielleicht zwei kommen. Also ich versuche zu deeskalieren, ich versuche, dem Aggressor zu beruhigen. Ja, und da ist er hinterher auch dankbar für, der will den ja gar nicht totschlagen, 20 Jahre im Knast gehen. Will er ja gar nicht. Ich muss ihm über die Konsequenzen, ich muss sagen, Junge, wenn du den jetzt falsch schriftst, geht der in 20 Jahren, willst du in 20 Jahren für diesen Vollidiot in den Knast? Du hast ja vielleicht recht mit dem. Und vielleicht kommt er dann ins Grübel. Aber es muss ja überhaupt die Intention da sein. Ich muss mich ja nicht daran aufgeilen, eine Schlägerei zu sehen. Ich muss die Intention haben, das Leben der Menschen verbessern zu wollen. Damit fängt es ja an. Und wenn ich solche Menschen im Umfeld habe, dann würde ich mich freuen, wenn die sich bei diesen Menschen involvieren. Das muss ja nicht ich sein, würde ich ja auch gar nicht sein. Ich finde das ja nicht geil. Ich würde mir wünschen, dass ich das nicht machen muss. Das ist ja keine angenehme Aufgabe. Und wenn der Hass so groß ist, dass selbst ein nahestehender Mensch der sagt dann, pass mal auf, nicht spinnst du eigentlich, sondern willst du das denn wirklich? Es gibt ja häufig so gemeinsame... Ja, dann gehst du zum Rechtsanwalt, der zeigt dann das auf, das ist total unwahrscheinlich. Und dann wird auch ein guter Richter in der Regel das erkennen und das nicht durchgehen lassen, muss man ganz klar sagen. Also wenn das so übertrieben ist und es ist nur noch mit Hass, ich sage ja, der Anwalt der Gegenseite spielt ja auch eine große Rolle. Das muss ich immer wieder sagen. Diese Empathie muss eigentlich der Anwalt haben, wenn die sagt, schreiben Sie das und machen Sie das. Und dann muss der Anwalt sagen, nein, das schreibe ich nicht. Wenn Sie mir das nicht beweisen können, dass er es gemacht hat, es gibt auch einige Mütter, die sagen, der hat mein Kind missbraucht. Das stimmt vielleicht gar nicht. Das sagt sie, mit Missbrauch meint die vielleicht nur Ohrfeige geben oder so. Und das Kind hört das vielleicht und denkt, und der Anwalt schreibt das, ja, wenn Sie das sagen, schreiben wir mal. Hör mal, das kann total schaden sein. Vielleicht ist das gar nicht so passiert. Da sagen Sie, hören Sie mal, beweisen Sie mir, das ist ein Vorwurf, der ist nicht mein, wissen Sie, was Sie überhaupt damit zerstören? Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe sehr gut, was du meinst. Das ist richtig. Aber ich glaube, dass der Anwalt lebt ja zum einen ökonomisch davon, dass er diesen Streit ... Ja, aber die lagen ja nicht am Hungertod, Menschen. Ja gut, aber es ist ja egal. Alle leben immer so ein bisschen über die meisten über ihre Verhältnisse. Das heißt, die hat auch eine Ratenzahlung für seine Autor. Also du meinst meine Vorstellung ist irrational, den Anwalt da etwas menschlicher. Ich glaube, es erfordert ein sehr, sehr großes Gutmenschtum und Altruismus, um in einer Position ... Man kann ja einen Fragebogen entwickeln, der ausgefüllt werden muss, bevor gewisse Dinge rausgehen. Dass man sagt, ja, es wird ein Fragebogen entwickelt, der muss wahrheitsgemäß, wie ein, wie nicht ein Lügendetektor, sondern eidesstattliche Versicherung, dass sie sagt, hiermit versichert ist eidesstattlich, dass er das und was gemacht hat, mit Strafandrohung. Dann will ich mal sehen, ob die genau dieselben Aussagen macht. Und dafür ist der verantwortlich, nicht der Anwalt, dass er sagt, ich nehme das hier auf, Entschuldigung, wenn ich solche Vorwürfe mache, müssen Sie das eidesstattlich versichern. Das hilft schon, eine eidesstattliche Versicherung, bei vielen Menschen, falsche Anschuldigungen oder Lügen. Weil dann hinterher drei Jahre im Knast, das wird er schon ... Und da kommst du ja an die Wahrheit, ist ja nicht schlimm, wenn du es nicht gemacht hast, brauchst du ja ... Wenn du es gemacht hast, kannst du ja gerne die eidesstattliche Versicherung unterschreiben, kannst du ja hinterher beweisen, kein Problem, sagt ja keiner was. Ich will ja nicht, dass Menschen, die was getan haben, im Gegenteil, nicht verurteilt werden oder nicht die Konsequenzen spüren, kein Problem. Aber es schützt davor, dass Menschen falsche Aussagen machen. Verstehe ich. Das ist tatsächlich ein relativ guter Punkt. Ich frage mich, warum das nicht eigentlich immer gemacht wird, dass man alles, was man bei Gericht sagt, im Zweifel eidesstattlich versichern muss, wäre ja eigentlich immer ganz ... Ja, man sagt das, so ähnlich ist es ja, man sagt, verpflichtest dich als Zeuge, die Wahrheit zu sagen und wenn nicht, ist das ... Ja, die Realität sieht es etwas anders aus. Ja, aber da ist die Gerichtbarkeit in Deutschland schon sehr lasch. Das muss man sagen, dass in anderen Ländern, da, wenn du nach Thailand gehst und du machst deine Falschaussage, das würden die Menschen gar nicht so eine Falschaussage, dann gehst du in den Zehner in den Knast für eine Falschaussage. Das ist ja anders als hier. Das juckt die gar nicht. Das finde ich gut. Ja, ich finde das super. Also hier ist schon viel 78er Rechtsprechung. Alle haben alle Recht und alle dürfen nicht eingeschränkt werden, in dem was ... Das ist natürlich eine Einladung für Betrüger und Rechtsverdreher. So, lass mal kurz hier auf das Beispiel sozusagen zurückkommen. Ich habe schon indirekt verschiedene Fragen in diesem Beispiel gefragt und da geht es maßgeblich um die Frage, also es ist auch ein Konflikt. Sie sagt, der andere, also der Mann ist doof, der Mann sagt, du bist verrückt und nichts von dem, was du sagst, stimmt. Psychisch krank. Genau. Sagen die nur bei den Frauen. Die sind total volatil. Es ist ein Irrhormon, da kann sie ja nichts für. Ja, und jetzt gibt es aber ... Das hast du ja mit eingekopft. Richtig, jetzt gibt es aber volatilere Frauen und weniger volatilere sozusagen. Wo ist jetzt die Grenze verrückt, nicht verrückt? Das ist auch irgendwie groß. Zum Glück kann ich mich zurückhalten, wenn ich sehe in deinen Augen. Ich sehe es ganz genau. Das Verrückte. Okay. Nein, nein. Du weißt, was ich meine. Nein, die Frage ist, wenn beide sich gegenüberstehen und sich mehr oder weniger beschuldigen, so ist das in dem Fall, du bist hier der Verrückte und ich versuche alles für die Kinder zu tun und opfere mich auf und mein ganzes Leben für die und du bist nur destruktiv. Beide sagen das. Es scheint sehr unwahrscheinlich, dass es bei beiden stimmt, sondern bei mindestens einem stimmt es nicht. So. Es gibt sozusagen kein diplomatisches Mittel mehr und dieser Hass, die Frage, ist das potenziell Hass auf beiden Seiten oder ist es Hass auf einer Seite? Man kann auch Kinder befragen. Wird auch gemacht. In gewissen Fällen. Finde ich auch nicht schlecht, wenn es einer sehr empathisch und vorsichtig macht. Finde ich das keinen schlechten Tool. Also auch Zeugen und Beweisaufnahme. Aber das kannst du ja, als wenn jetzt der Kumpel von mir, der steht jetzt vor der Frage, drehe ich das große Rad und lasse meine Kinder gerichtlich befragen auf die Gefahr hin, dass vielleicht der Befrager nicht ganz so gut ist oder bestimmte Dinge nicht sieht. Es ist ja extrem komplex, Leute zu befragen, besonders Kinder zu befragen. Ist der vielleicht neutral? Ist der eher für Frauen? Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Hat der das selber erfahren? Sehr schwierig. Super schwierig. Und dann sitzt da jemand und der schreibt auf, wie es wirklich ist. Und so eine Beziehung ist ja extrem kompliziert. Menschen sind kompliziert. Kinder sind kompliziert. Und dann schreibt er da auf zehn Seiten. Ein erfahrener Familienrichter kann das sehr schnell herausbekommen, wer da was macht. Und da liegt für mich die Verantwortung beim Familienrichter. Der macht das vielleicht zehn, zwanzig Jahre. Ja, das muss ein Mensch aus dem Leben sein. Ja, kein irgendein Theoretiker, ja, der immer neben dem Leben vorbeigelebt hat, sondern jemand, der sich auch wirklich interessiert, der Richter geworden ist, weil er sich dafür interessiert, weil es sein Herzblut ist, unabhängig von allem anderen. Der erkennt das sehr schnell. Also ich möchte einfach mal, muss ich leider von mir sagen, ich erkenne, da kann mir keiner was vormachen. Das muss ich einfach sagen. Ich erkenne das sofort und ich weiß auch, wie man Kinder befragt, ohne dass es dann jemandem wehtut. Allein wenn ich die Kinder vor denen befrage, dass sie sagen, wenn ich dann merke, okay, die Mutter zieht dann die Aussage zurück, weil sie nicht, weil sie genau weiß, die Kinder werden das jetzt so sagen und sie da reinreiten. Und das habe ich auch schon oft gehabt. Weißt du? Dass sie gemerkt hat, meine Art der Befragung bringt sie in so eine starke Bredolie. Weißt du? Und dann hat sie dann eingelenkt. Weißt du? Das ist, wenn es gut läuft sozusagen. In deinem Fall kann ich ja gerne mal da. Kannst du da vermitteln? Ja. Aber geh davon aus, dass sie die Kooperation verweigern wird und dann bleibt ja nichts anderes. Vielleicht schaust du auch den Podcast und sagst, okay, ich habe mal anderes Verständnis dafür. Das wäre natürlich mein größter Wunsch auf dieser Erde. Wenn das Menschen dazu bringen würde, dass vielen das erspart bleibt, dann bin ich dir auch mein Leben lang dankbar. Das könnte kein Geld bezahlen. Glaub mir. Wirklich. Das wäre für mich das allergrößte. Ja, ich glaube, dass ja am Ende des Tages wollen alle Menschen irgendwie das Gute für ihre Kinder. Also keiner will etwas Schlechtes für die Kinder. So, und jetzt ist aber so, dass es ja in vielen Fällen in der Praktikation … Aber viele Menschen wollen für sich zuerst was Gutes. Das ist ja das Problem. Genau. Das ist auch noch ein Problem. Und das ist das Ding, das kann man potenziell nicht selbst merken. Richtig. Und da verschwimmen eben die Interessen. Deshalb müssen andere Menschen die aufzeigen, guck mal, das bist du gerade. Du bist nicht der Gutmensch, der du gerade hier versuchst darzustellen willst. Das bist du gerade nicht. Gerade schießt du weit, weit übers Ziel hinaus. Du machst das alles gerade und zerstörst deine Kinder damit. Ja, warum? Nein, meinen Kindern geht es gut. Das ist die Antwort. Warum? Denen geht es doch gut. Das ist das, was er oder sie sich einredet. Nein, mit denen ist alles okay. Der hat gesagt … Warum? Denen fehlt doch nichts. Das sind dann die Schutzbehauptungen. Ja, und dann muss man halt sagen, je nachdem, wer da ist, muss sagen, hör mal, das redest du dir gerade selbst ein. Übertreib nicht. Da muss man vielleicht auch mal vehementer werden. Da muss man dem mal den Kopf waschen und vielleicht einen Monat später kapiert sie es dann. Lass sie erst mal dagegen reden. Aber irgendwann wird sie dann sehen, verdammt, der hat vielleicht doch recht. Weißt du, und wenn ich dann … Also, mit den Kindern reden kann, es gibt ja immer Möglichkeiten, die gehen ja zur Schule und so, und dann man mit denen reden kann, dann können auch Kinder der Mutter sagen, guck mal, das tut gerade sehr weh, was du machst. Weißt du, das tut uns weh. Wir wollen nicht in dieser Situation sein. Weißt du, aber Papa, verstehst du? Und ich verstehe das, aber die Situation da ist tatsächlich, dass die Frage ist, ob die Mutter das jemals verstehen kann und nicht sagt, okay, den Kindern geht es schlecht. Verstehen kann oder will? Kann. 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 Ob die potenziell … Warum kann nicht? Warum kann nicht? Weil die, so scheint es, alles, was negativ ist, automatisch externalisiert und sagt, hier gibt es ein Problem, das Kind hat irgendwie Angst. Ja, aber das ist ja aus einem, aus einem, aus dem Hass, und aus der Verletzung heraus macht sie das. Irgendwann wird die ja weniger. Das ist nämlich genau die These oder die Frage, dass es eigentlich keinen Hass und Verletzung mehr gibt. Wer sagt das? Potenziell sagt das der Partner dieser Frau. Das ist keine Aussage, die für mich Kompetenz hat. Ein Partner, denn natürlich sagt der das, woher will der das wissen? Potenziell. Potenziell. Man weiß es nicht. Und dass es sozusagen in der Natur dieser Frau liegt, sozusagen, ich sage mal, streitsüchtig zu sein. Okay, das kann sein. So, und wenn du jemanden hast, auf der Gegenseite, der eben streitsüchtig ist, und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass alles geregelt ist. Also er hat sich eine streitsüchtige Frau ausgesucht? So ist es. Also so wie du. Der wollte gerne. So wie ich, ja. Der mag Konfrontation, der wurde so erzogen, dass er sagt, Konfrontation ist Porno, du musst resilient werden. Genau, das ist, je toleranter du bist, desto, desto mehr werbt bist du als Mensch. Keine Ahnung, ob das bei dem auch so ist, aber dieses Streit, es gibt ja Menschen, die, also die meisten Menschen würden im Zweifel, wenn man den Kinder zeigt oder mit ihren eigenen Kindern spricht und die Kinder sagen so, pass mal auf, ich habe hier Angst davor und kannst du nicht wieder, dann würden die sich irgendwie selbst zusammenreißen. Und es gibt aber scheinbar auch einen kleineren Teil der Menschen, die, wenn die in so einer Situation sind, sagen, oh, das Kind ist traurig, ich kann nicht schuld sein, weil per Definition kann ich ja nicht schuld sein, sondern es ist immer der andere und je trauriger das Kind wird, desto schlimmer wird der Ex-Partner. Ich habe verstanden. Okay. Ich muss kurz abbrechen, weil mir gerade ein Geistesblitz gekommen ist, wie ich das handhabe, wenn das so ist, wie du sagst, mit der Streit, so ist ja die Frage, wenn jemand auf der Straße kommt und streiten will, der ist aggressiv, der ist besoffen, gibt es ja zwei Möglichkeiten, ich stelle mich, ich haue den paar auf die Fresse, damit er ruhig ist, damit er seine Grenzen kennt oder ich gehe einfach und biete ihm gar keine Angriffspflicht. So. Und in dem Fall muss, habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn der Vater keine Antwort, der sagt, du willst streiten? Kein Problem, such dir jemand anders raus. Du willst die Kinder, kein Problem, du willst das? Bitteschön, du kannst mich am Arsch schlägen. Interessiert mich alles nicht mehr, ich habe damit abgeschlossen. Dann hast du den natürlich, für Streitsüchtige gibt es ja nichts Schlimmeres. Mit wem soll die denn? Dann sucht die sich jemand anders zum Streiten. Dann hat sie ja kein Mittel mehr. Weißt du? Dann muss ich in Kauf nehmen, für einen kurzen Moment, ein vermeintlich in der Gesellschaft schlechter Vater zu sein, aber für das langfristige Ziel, dann wird sie schon von alleine. Weil wenn ihr Ziel nur streiten ist, kann es ja mit logischen Dingen nicht kommen und mit Vernünftigkeit nicht kommen. Da musst du sagen, guck mal, das ist total unproduktiv. Gar nichts sagen, einfach sagen, du möchtest die Kinder? Kein Problem, bitte schön, ich wandere aus, du kannst mir im Arsch lägen. Interessiert mich alles nicht mehr, welche Kinder, von welchen Kindern redest du? Bitte behalte die. Ich bin dir dankbar, habe ich eh kein Interesse mehr. Stimmt natürlich nicht, musst du den Kindern, aber dann wird sie, du nimmst dir einfach das Werkzeug, dich damit zerstören zu wollen und den hast. Den nimmst du dir. Aber mit einem sehr hohen Preis natürlich. Warum? Der andere Preis ist viel höher, das rauszustrecken und dagegen Feuer aufzumachen. Der Preis ist viel, viel höher, weil die Kinder spüren ja intuitiv. Er kann den Kindern einen Brief schreiben und sagen, guck mal, er soll den Kindern einen Brief schreiben. Aber der kommt ja nie an. Ich bitte dich. Also wo sind denn die Kinder? Sind die nicht existent oder was? Ja, weil... Die gehen ja in irgendeine Schule, Kindergarten, da gibt es doch Möglichkeiten, wenn ich was will. Ich bitte dich. Ja, dann schreibst du einen Brief. Ich kann die hinterlegen. Ja, dann schreibst du einen Brief, kann der bei dir hinterlegen, in Schleswig-Holfe hinterlegen, gibst du den Kindern später irgendwann. Ist doch kein Problem. Sie wird den Kindern doch eh doktrinieren. Egal, was der macht, wird die den schlechtreden. Egal, was der macht, die wird den doch sowieso schlechtreden. Der hat doch gar keine Chance. Aber vielleicht geht es nicht nur um... Wenn die Mutter dieser Kinder potenziell eine gute Mutter wäre, wäre diese Strategie aus meiner Sicht eine clevere. Verstehe ich. Aber ich sage dir, selbst eine schlechte Mutter ist besser wie keine Mutter oder wie eine Stiefmutter. Das musst du verstehen. Genau, aber das ist ja potenziell gar nicht... Das sind ja gar nicht die Optionen. Die Option ist, dass er um die Kinder kämpft, ja? Genau. Das wird das Gericht schon von alleine machen, glaubst du mir. Also das wird... Sie wird die Kinder dann hinterher abgeben wollen, weil sie den Streit nicht... Sie wird eh überfordert sein. Aber den Preis muss man bezahlen. Die Frage ist ja... Ich wege ab. Was ist... Was ist jetzt die Möglichkeit? Wenn es so schlimm dann wird, da leben wir ja zum Glück in einem Land, da kommt das Jugendamt, dann kann er ja immer noch Anzeige machen und sagen, hör mal hier, die behandelt meine Kinder so schlecht, dann am Jugendamt, das Jugendamt beauftragen, Auge da drauf zu halten, dass er sagt, die Kinder werden jetzt schlecht behandelt. Bitte, ich weise an, mit vernünftigen Argumenten, aber auch einen guten Anwalt, dass wenigstens kontrolliert wird, ob sie eine gute Mutter ist. Das ist das Minimumrecht, was ich habe. Ja, aber wie willst du das kontrollieren? Ja, ganz einfach, das gibt es in vielen Familien, wird das Jugendamt reingeschickt und checkt und fragt Kinder, wie geht es denn? Einmal die Woche, einmal im Monat, selbstverständlich. Das gibt es ja. Ja, aber was macht eine gute Mutter aus? Du hast doch gerade gesagt, sie ist eine potenzielle schlechte Mutter. Ich bitte dich. Also wenn jetzt wirst du, jetzt wirst du nicht sachlich. Das ist unsachlich. Du hast doch gerade gesagt, sie ist eine schlechte Mutter. Aber wenn du weißt, was eine schlechte Mutter ist, weißt du ja auch, was eine gute Mutter ist, oder nicht? Ja, und deswegen sage ich, es ist potenziell eine gute Mutter. Du hast gesagt, was ist denn, wenn die Mutter eine schlechte Mutter ist? Hast du gesagt. Und er, ja, das entscheidet ja nicht der Vater. Dafür gibt es ja neutrale Instanzen, wie das Gericht. Und das Jugendamt weiß schon, was ein guter und schlechter Vater ist. Und die Kinder auch. Das ist in dem Fall, glaube ich, aber tatsächlich ganz komplex. Ja, dann sagt doch Fallbeispiele. Kann ja sein. Aber dann sag mir die Details, warum. Und dann kann ich dir sagen, ob sie in der Wahrnehmung der Gerichte oder in der Allgemeinheit eine gute oder schlechte Mutter ist. Man muss sie mir, aber das einfach zu sagen, ja, sie ist. Genau. Also es steht im Raum sozusagen die potenzielle Diagnose in der Borderline-Persönlichkeitsstörung. So. Und damit … Heißt ja nicht … Genau, heißt ja nicht so. Aber ich … Die Frage ist, wie fühlen die Kinder sich? Also die Kinder fühlen sich, so wie ich das auf die Distanz da sehe, potenziell gut. Die sind schick angezogen, die grinsen, wenn man die so sieht und freuen sich des Lebens. Gut. So. Dann in dem Moment, wo man es ein bisschen an der Oberfläche kratzt, werden die traurig. Und es wird klar, die haben potenziell Angst vor den Reaktionen der Mutter. Verstehe ich. Darf ich dir was sagen? Ganz kurz. Ich muss einhalten, weil du sonst vergisst. Ja. Ich erinnere mich, ich habe Kinder so befragt, auf der Slackline, so ein langes Interview, die waren voll süß. Und da haben die gesagt, selbst wenn wir weinen, sind wir auch glücklich. Also Kinder sind da nicht wie Erwachsene. Für die, also wenn es nicht brutale Dinge gibt, die das Kind dann zerstört, können Kinder auch in dem Weinen oder in dem Unglücklich sein, weil sie das nicht bekommen, trotzdem glücklich sein. Also verstehst du? Also ich würde das nicht grundsätzlich sagen, natürlich wünscht man sich für die Kinder das Allerbeste. Aber findest du es besser, mit denen vor Gericht drei Jahre die zu befragen und vielleicht dann doch als erst mal das zu versuchen? Er kann ja jederzeit wieder sagen, dass er sie haben will. Den Gerichtsbruch kann er jederzeit wieder anstreben. Aber entziehe er doch erst mal das Streitmittel. Ja, guck mal. Ich sag dir jetzt aus dem Fallbeispiel, aus dem Leben. Typ kommt, ich hab das ja oft gehabt. Ich trinke ja nicht irgendwo in der Stadt und ein Typ kommt, geht hier auf den Sack und du sagst ihm einmal, komm, lass mich in Ruhe, alles gut. Weißt du? Und dann denkt er, der kann machen mit dir. Nochmal, dann sagt er mit dir. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich gebe dem einen, damit er auf den Teppich kommt. Ja? Oder ich gehe komplett weg. Dann weiß ich ja, was, weißt du, dann kann ich ja immer noch, wenn er mir dann hinterherläuft, kann ich dem immer noch in die Fresse auch. Ist doch kein Problem. Oder die Polizei rufen oder was weiß ich was. Kann ich doch immer noch machen. Es ist ja nicht so, dass er, wenn er jetzt sagt, hör mal, weißt du was, ich hab keinen Bock zu streiten, mach du, bitteschön. Wenn die, ich bin immer offen für die Kinder, das kann er offiziell beim Jugendamt den Brief einreichen und die können entscheiden, ob es es dem Kind geben. Da gibt es ja Akten für die Kinder in solchen Fällen. Ja, aber dein Beispiel mit, ich will da, dieses Barbeispiel mit der Schlägerei, das Beispiel funktioniert anders, wenn der Typ, der dich verhauen will, dir deine Autoschüssel wegnimmt und sagt, pass mal auf, dein Auto. Hab ich dir ja gerade gesagt, dann kannst du immer noch die Polizei rufen, aber dieses Mittel hast du ja immer noch, in die Fresse hauen, dieses Mittel hast du doch immer noch. Aber was du sagst, ist, ich gebe dem Typen erstmal mein Auto. Nein, nein, ich gehe erstmal weg, hast du gesagt. Nein, nein, du hast gesagt, du gehst weg, aber das unterstellt ja der Typ auf der Straße. Du kannst ja nicht einfach irgendjemandem Auto rufen, dann rufst du Polizei, Mensch, die klären die Eigentumsrechte. Wo ist das Problem? Ja, aber das ist, das Auto ist ja sinnbildlich. Ja, aber wenn du den Fall machst, okay, was ist denn sinnbildlich das Äquivalent zu, der will dir das Auto wegnehmen? Was ist denn das Äquivalent dazu? Das Äquivalent ist, die will einem die Kinder wegnehmen. So, und, Moment, also. Den Raum nehme ich ihr. Ich sage, ja bitte, genau, du sagst, du willst mein Auto haben, bitteschön. Genau. Nimm doch mein Auto, ich rufe gleich die Polizei, holen sie es wieder ab. Aber warum, ich meine, die will dir die Kinder, ist ja nicht so, wenn dir das Auto, also der Vergleich hinkt, weil die nehmen dir das Auto weg, deshalb ist ja der Eigentum noch nicht gewechselt, das gehört es ja noch nicht ihm. Ich bin immer noch Eigentümer, der hat es vielleicht jetzt gerade im Besitz, aber Eigentümer bin ich immer noch nicht. Ich kann es jederzeit wieder zurückholen. Ja, wenn du, du hast ja gemeinschaftliches Eigentum, das ist ja kein Eigentum, aber ist ja das Bild, dir gehört halt mit einem Kumpel ein Auto. So, und dann gibt der dir das aber nie wieder. Das ist ein besseres Beispiel. So. Genau, dann kannst du sagen, hör mal, aber die Frage ist doch, wer wird denn geschädigt, wenn er mir das Auto wegnimmt? Doch nur ich. Wenn du jetzt, pass auf, das Fallbeispiel ist scheiße, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Wenn du sagst, wenn der jetzt kommt und sagt immer, ich will dein Auto wegnehmen und ich weiß, wenn er mir das Auto wegnimmt, ja, äh, gibt es keinen Stress mehr. So, nimmt er mir, behalte ich aber das Auto, weiß ich, meinen Kindern geht es schlecht. Wenn ich das nicht rausgebe und sage, nein, du kriegst das Auto nicht, nein, du kriegst das und du weißt, dadurch geht es meinen Kindern schlecht, weil ich es nicht rausgebe, weil die dann, was weiß ich was, äh, transaliert werden und sagen, guck mal, was für ein schlechter Typ das ist, der will das Auto nicht rausgeben, blablabla. Dann würde ich das Auto lieber rausgeben, dann scheiße ich auf das Auto. Ja, verstehe ich, aber die Frage ist, wenn das Auto eine eigene Seele hat. Ach, lass uns doch aus dem Fall, das ist zu weit. Ein Auto hat ja keine Seele. Ein Auto hat ja keine Seele. Die Frage ist ja, wenn der sagt, hier, pass mal auf, schreitsüchtige Ex-Water. Vielleicht liege ich da auch falsch, aber das Autobeispiel berührt mich irgendwie. Okay, ja, nee, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Also, aber wenn der potenziell sagen würde, ich lasse los, hier viel Spaß mit deinen Kindern, ich kümmere mich da nicht drüber, über Weisheit Unterhalt. Genau. Dann überlässt er potenziell die Kinder einer Umgebung, die alles andere als ideal ist. Nimm mal an, die wäre wirklich verrückt. Und das ist genau die Schwierigkeit. Aber das habe ich dir doch gerade gesagt. Aber du, ich sehe gerade, da verwehrst du dich vor. Es gibt Instanzen, die prüfen, ob das ein gefährliches Umfeld ist, ob das ein Umfeld ist, was den Kindern nicht gut tut. Und diese Instanzen kann ich ja auch einschalten, damit sie das prüfen. Und das prüfen die auch glaubwürdig. Und dann kann ich immer noch, wenn es da, aber das kann ja andersrum genauso sein. Wenn es beim Vater ist, kann er auch die Mutter sagen, wenn sie mal der macht. Also dafür gibt es ja diese Instanzen. Und das maße ich mir in der Situation nicht an, weil ich die Information nicht habe, wenn ich in der Position bin und das als Gutachter oder als beim Jugendamt, im Familienverein ansässiger, wenn ich dazu befragt werde, dann werde ich meine Meinung dazu sagen. Kommt mit, denn ich werde Befragung machen und es wird sagen, sehe ich als Gefahr an. Ja, kann sein. Und dann muss der Richter halt gucken, psychologisches Gutachten beantragen und das entscheiden. Aber das gibt es ja. Dann kann man die Instanz doch ... Ja, das unterstellt ja, dass das psychologische Gutachten unfehlbar ist und dass es korrekt ist. Ja, aber da zweifeln wir dann alles an. Dann brauchst du ja ... Wenn das so ist, dann kann es ja auch andersrum nicht so sein. Angenommen, sie macht ihm Vorwurf. Ja? Und das Risiko ist ja immer da. Wir sind ja nicht frei. In der Regel wird, werden die Gerichtbarkeit machen, das schon sehr verantwortungsvoll. Das muss man sagen. Also es ist ja nicht so, dass hier total jeden Tag nur Fehlerurteile gesprochen werden in dem Bereich, wo man sagt, ich gebe Kinder, Mütter, überlasse ich die, die umbringen, die die ... Und das Jugendamt hat das nicht gesehen. Das sind ja Einzelfälle. Also das sehe ich nicht so. In den meisten Fällen gucken die schon und wenn die nicht gucken, dann mache ich halt mehr Druck, dass richtig geguckt wird. Und dann kann ich so ein Gutachten auch anfechten. Also die Gerichtbarkeit ist schon, was das angeht, so schlecht nicht. Also das ... Okay, das ist ja eine starke These, weil du hast gesagt, so unser System ist potenziell schlecht, weil es ... Ich habe ganz andere Stellschrauben im System. Ich habe gesagt, die Straf, im Strafrecht, ja, habe ich gesagt, sind einige Dinge, die zum Straftaten begehen und die Verurteilung und die Strafen an sich sind viel zu lasch, als dass sie präventiv irgendeinen Sinn machen. Das ist ja was ganz anderes. Jetzt vermischt aber alles. Ich sehe, du bist da selber stark emotional involviert, deshalb schaffst du es da nicht neutral zu sein. Was ich auch vollkommen verstehe, ist auch eine schöne Diskussion, so geht es vielen, so würde jeder argumentieren. Ich verstehe das vollkommen. Aber ich bin leider in der neutralen Position und in der Position der Kinder, muss ich sagen. Und da darf ich und möchte ich keinen bevorteilen. Das ist einfach so. Und das, wenn du sagst, die Frau ist eine potenzielle Gefahr mit ihrem Verhalten und so weiter, dann muss das geprüft werden. Das mache ich ja nichts, das sagt er. Das sagt er angenommen. Ich habe auch potenziell das Gefühl, aber was weiß ich doch. Nein, auch sein will ich ja nicht abreden. Du kannst mich ja auch bei kompetente Menschen befragen, dann wird das Jugendamt nicht sagen, die sagen, ja, gibt es Ansatzpunkte, gibt es Beweise, gibt es, und dann kannst du sagen, ich bitte, dass sie es wenigstens prüfen. Befragen sie, machen sie, tun sie, schauen, haben sie ein Auge drauf. Und das wird das gemacht. Das ist ja nicht so, dass sie sagen, ja, nee, machen wir nicht. Und wenn das aber nur deine Meinung ist, reicht das nicht. Das wäre genauso ein Denunzianz wie andersherum. Wenn die Frau dem Mann einfach sagt, ja, der behandelt die Kinder schlecht, das reicht ja nicht. Weißt du? Das reicht, um, und damit das, aber angenommen, es ist so, dass sie dann sehr subtil, die Kinder vielleicht noch manipuliert und hin und her, und alle schauen drüber weg, dann muss der Mann natürlich viel Energie investieren, um die Wahrheit aufzudecken. Und ich sage ja, so ein Brief hilft, das Jugendamt hilft, also Beweise sammeln hilft, ja, Zeugen ranbringen, hilft im Umfeld, vielleicht sogar in ihrem Umfeld, ja, und sagen, ihr kennt uns zehn Jahre, sag mal, wie war das, seht ihr da, in der Schule Lehrer befragen, also da gibt es tausende Möglichkeiten. Also sowas fällt schon auf. Natürlich gibt es viele Fehler, dass die sagen, ja, wir haben nicht gesehen, der war Pädophil, der hat die geschlagen, aber da hat auch keiner was gesagt. Weißt du, oder es gibt viele Problematiken, wo die Kinder vielleicht selber in den Schutz gehen und das vor sich selbst rechtfertigen, weil sie glauben, dass es normal ist, weil sie es anders gar nicht kennen, geschlagen oder missbraucht zu werden. Weißt du? Ja, verstehe ich. Lass uns von dem Thema weg. Also ich glaube, wir haben das ausführlich diskutiert. Das heißt, du sagst, idealerweise keine Trennung, wenn doch Trennung, ja, wenn doch Trennung, dann mit Befragung der Kinder. Ich liebe das, wenn du selbst emotional bist, das ist auch schön. Dann merkt man, dass du auch nur ein Mensch bist und auch mal unsachlich bist. Dass selbst ich nur ein Mensch bin. So, das heißt, Trennung vermeiden, wenn das nicht geht, dann unter Einbeziehung der Kinder eine gute Lösung finden. Dann gibt es so eine heated period, sagst du, anderthalb Jahre plus minus um die Trennung, in der verrückte Dinge passieren, sage ich jetzt mal, und wo da das Ziel sein muss, einer neutralen Institution, die wir heute nicht haben, zu vermitteln und den Hass rauszunehmen und den Fokus auf das Kindswohl zu legen. Und wenn das alles nicht fruchtet, gibt es, ich sage mal, bei sehr speziellen Fällen, wie jetzt zum Beispiel eine potenzielle Streitsucht, dass man genau das Gegenteil macht, was der Partner will, nämlich die Kinder loslassen und dann viel Spaß damit, in der Hoffnung, dass er potenziell wiederkommt. Das passiert sehr oft. Das ist einfach meine Erfahrung, dass das passiert, sonst würde ich das ja nicht empfehlen. In der Regel passiert das dann, sonst würde ich es ja nicht empfehlen. In der Regel hat man den Nährboden entzogen, die Frau kommt irgendwann zu sich und dann wollen die Kinder auch, wenn der Vater ein guter Vater war, von alleine zum Vater kommen. Und fragen Mama, Mama und machen dann so einen Druck auf die Mama. Weißt du, das ist einfach der Werdegang der meisten Fälle. So, und dann sagst du aber, wenn das alles nicht passiert oder keine Option ist, weil so diese Gefährdung durch wie gut ist der andere Elternteil, sagst du, du hast ein relativ starkes Vertrauen in die deutsche Gerichtsbarkeit. Vor Familiengericht. Vor Familiengericht. Und wenn man das Rad nur feste und groß genug dreht, dann wird da potenziell die richtige Entscheidung rauskommen. Und die richtige Entscheidung kann aber auch bedeuten, dass man selbst die nicht richtig findet. Absolut. Gar keine Frage. Das kann sein. Das kann passieren. Aber ich meine, das ist ja vor Gericht passiert das ja jeden Tag. Ich werde verurteilt und denke aber, ich bin doch eigentlich gar nicht schuld. Klar. Beim Strafmaß oder bei der Tat an sich. Ja, wenn man sagt, ja, der hat mich damit reingezogen oder die oder ich wollte das eigentlich nicht. Mord im Affekt oder geplant oder Totschlag oder da gibt es ja tausende Sachen oder Beihilfe. Also die Interpretation, deshalb hat man ja die Chance hier dreimal Berufung und nochmal Einzelnen und bis zum Bundesgerichtshof gehen kann. Das wird ja alles hier schon sehr ausgiebig geprüft. Da gibt es Länder, da gibt es nicht so viele Diskussionen. Also da muss ich sagen, da ist Deutschland schon gut drin. Okay. Dass du mal Deutschland urteilst, das ist ja auch sehr selten. Nein, nein, warte mal. Man darf das hier nicht unterscheiden. Warum? Ich habe Deutschland, hör mal, ich habe Deutschland gelobt in ihrer, in ihrer, in ihrer Zeit, wo sie viel geschafft haben und viel aufgebaut haben und wo Deutschland weltweit in der Ingenieurstechnik führend war. Da habe ich auch eine interessante Anekdote vor ein paar Tagen, habe ich mit so einem deutschen Elektroingenieur gesprochen. Ganz, ein Hammertyp, sehr bescheiden, der wohnte in einer sehr teuren Gegend, kam dann mit seiner Oma, er war so um die 40, Elektroingenieur und sehr bescheiden, sehr bodenständig erzogener Typ, so ein richtiger alter Deutscher und die Mutter, schwer reich, aber sehr bescheiden in seiner hat er einen alten C-Klasse auseinandergebaut und den in Teilen verkauft, so ein paar Teile davon. Also der hatte noch einen Bezug zu Geld, dieser Satz, wer den Pfennig nicht ehrt, das Geld ist nicht wert, habe ich dann gesagt, so wurde sie bestimmt erzogen, dann sagt er, ja, woher weiß ich, ich sage, ja, man sieht ja, also die haben nie über, sehr respektvoll, fleißig, emsig, weißt du, und dann haben wir darüber geredet, wie es kommt, dass die Deutschen so eine besondere Ingenieurstechnik haben, ob das ausstirbt, ob das genetisch ist, ob man das erziehen kann und dann hat er gesagt, wir haben auch ein Werk in China und die Chinesen zum Beispiel probieren das natürlich auch und erziehen die auch und dann war seine These, ja, wenn ein Chineser in Deutschland geboren wird, zum Beispiel adoptiert wird, dann könnte er das rein theoretisch auch erlernen, ja, aber dann habe ich gesagt, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist das halt nicht so, reicht das nicht aus, ja, das über Jahrtausende hat sich das schon so manifestiert und dann habe ich gesagt, okay, warum ist das so wie zum Beispiel die Juden, dass die sehr gut sind im Geldverdienen und Business, weil sie irgendwann die Not hatten, aus der Not heraus geboren, die durften nichts anderes machen, sagt er, vielleicht durften die Deutschen früher auch nichts anderes machen, ja, oder konnten aus einer gewissen Seite, haben sie gemerkt, dass sie einen evolutionären Vorteil durch Präzision und Ingenieurstechnik haben, das haben die Jahrhunderte, Jahrtausende gemacht und das hat sich dann etabliert, diese letzten 10 Prozent Feinheiten noch in der Produktion und die Chinesen sind ja dabei, dasselbe zu machen, ja, die wollen ja auch Qualität, die kaufen Ingenieure ein und die wollen ihre Kinder und zu dieser Disziplin und zu dieser Ordnung und zu diesem, zu dieser Präzision und zu dieser Liebe fürs Detail erziehen und das wollen die auch schon länger, aber trotzdem schaffen sie es nicht, selbst, die schicken die auf die anderen Universitäten und natürlich färbt das ab und die haben auch eine andere Mentalität, eine nachhaltigere Mentalität, nicht mal eben, Hauptsache es funktioniert ja ein paar Jahre und dann bauen wir wieder neu, ja, und ich bin auch sicher, dass sie das in 50, 70, 80 Jahren, dass sich auch langsam ändert, und die Sachen bauen, die sehr lange halten und einfach, um der ganzen Welt zu zeigen, dass sie es auch können, ja, einfach so ein Prestige, so wie die Deutschen, die Schweizer vielleicht, aber als Großteil konnte ja keiner bauen, das war ja das und organisieren, deshalb sind sie ja so erfolgreich gewesen, auch im Krieg, ja, und deshalb hatten ja alle Angst vor den Deutschen, wenn du dir guckst, die ganzen Ingenieurweltraum, sind alles deutsche Namen in Amerika, das war, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt gegen irgendwelche, ich versuche, so neutral wie möglich, meine Eindrücke, die auch nicht stimmen müssen, die ich so auf meinen verschiedenen Reisen in verschiedenen Ländern gehabt habe, darzustellen, nicht mehr und nicht weniger. Und du bist also Deutschlandfreund? Ich sehe das noch neutraler, würde ich sagen, Freund oder nicht Freund, es gibt Dinge, die ich mag und sehr wertschätze und dann gibt es Dinge, die ich für verbesserungswürdig halte, in vielen anderen Ländern genauso. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich versuche, das Optimalste von allen zusammenzufinden, um dann ein optimales System für alle zu schaffen. Das ist so mein Hobby. Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Lass uns nochmal kurz auf dieses Trennungsthema. Du hattest ja auch eine Geschichte gestern Abend, da war ich ehrlich gesagt schwerst begeistert. Ich auch. Danke ihm. Vielleicht dann nochmal so eine Side-Story, eine Soran-Side-Story. Immer wenn du, du hast gekämpft, als ich gekämpft habe, du hast halt so Ankündigungen gemacht und, was für Ankündigungen? Ankündigungen halt in diesem Podcast, ich mache da hier krasse Sachen und tendenziell, ja also, die ersten TikToks, die haben halt funktioniert und nicht, Ich mache krasse Sachen, habe ich gesagt. Ja, du hast nicht, nee, nee, sondern du hast immer gesagt, ich muss mal in diesen Podcast kommen, das ist gut für mich. Das hatte ich auch so gesehen, komm mal rein und mal gucken, was passiert und die Welt ist explodiert so sinngemäß und immer, wenn du was angekündigt hast, hast du geliefert über die Erwartung von allen. Diesen Kampf hast du gewonnen gegen die Erwartung von 90 Prozent der Leute, die da waren, aber nicht nur, dass du den gewonnen hast und Pfizer war gestern nochmal da, der hat den Kampf damals moderiert und sagte, Junge, du hast das so krass gemacht und du hast immer, was ist passiert für die, die nicht dabei waren. Soran hat, bevor er in den Ring gegangen ist, den Mundschutz ausgespuckt, hat gesagt, dagegen bin ich allergisch. Alle haben gedacht, was ist das für ein Otto, das kann man doch nicht machen. Er hat gekämpft gegen einen guten Kickboxer und dann passierte das, was eigentlich nicht hätte passieren sollen, was heißt nicht hätte passieren sollen, so dann gingen halt, wurden die ersten paar Schläge ausgetauscht und du ohne Mundschutz hast halt dir zwei, drei gefangen, hast den angeguckt und mit dem Kopf geschüttelt. Das ist nix, das ist nix und dann hat er nochmal gehauen und der ist innerlich so zusammengebrochen und dann hast du den irgendwann mit einem Leberhaken mit einem Schlag ausgenockt, aber auch irgendwie sehr human, also du hast mir nicht die Nase gebrochen, sondern das wirkte halt fast wie so ein Betäubungsgewehr und danach hast du, glaube ich, War ein netter Kerl. Total netter Kerl, total netter Kerl. Wäre er nicht nett gewesen, hättest du ihm die Nase gebrochen, sagst du. Ne, Nase, das kann ich so nicht sagen, aber ich glaube, ich versuche jedem das zu geben, was ich glaube. Ich bekomme ja auch, was ich verdiene. Jeder bekommt, was er verdient. Das ist, ich wollte mal ein Buch schreiben, das heißt, das Leben ist fair, jeder bekommt, was er verdient. Früher oder später. Guter Titel. Das ist eine schöne Überleitung zu der Geschichte von gestern, weil da saßen wir mehr oder weniger auf der Couch und da hast du eine spannende Geschichte erlebt, fand ich. Was fand ich denn entspannend? Da kam jemand zu dir und ich hatte sozusagen den, die Background-Story, der kannte dich nicht. Und die Background-Story, Ich kannte ihn auch nicht. Du kanntest ihn auch nicht. Das ist vielleicht sogar wichtig, also es ist jetzt kein Unbekannter. Ihr wart euch sozusagen gegenseitig unbekannt. Die Geschichte von dem war aber schwere Trennungssituation, zehn Jahre zusammen, zwei Kinder und irgendwie ging die Trennung von ihr aus und es gibt einen potenziellen neuen Partner. Der Partner hat sich auch schon irgendwie das Gesicht von der tätowiert oder sinngemäß. Das alles hat er erfahren über TikTok. Also eine Riesenportion Drama und dann saß der Arme da und ja, irgendjemand hat gesagt, da soll man mich so ran sprechen. Und dann habt ihr zwei Stunden gesprochen und dann habe ich nur eure Verabschiedung mitbekommen und der hat dich in den Arm genommen und der hatte fast, ich glaube, der hatte wirklich fast nicht fast zu Tränen in den Augen. Ich hatte auch zwischendurch Tränen. Also es war, der ist ja ein sehr emotionaler Typ, für mich ein Wahnsinns-Typ. Ein Künstler durch und durch. Also ich habe selten so einen liebevollen, authentisch ehrlichen, liebenden Menschen gesehen. Auch wenn ein paar Dinge, wie wir alle machen, die ein bisschen ambivalent sind und vielleicht für manche nicht verständlich, gibt es keinen Menschen, der durch und durch einfach perfekt ist, der im Verhalten. Aber das war schon beeindruckend. Dieser Mensch war beeindruckend, wie er damit umgegangen ist und wie er versucht hat, trotz dem wirklich sehr starken Schmerz, der ihm zugeführt wurde, immer liebevoll zu reagieren, was eigentlich so gut wie unmöglich ist. Immer an das Wohl des Kindes gedacht hat, sogar an das Wohl der Frau und das so durch seine Kunst verarbeitet hat. Er hat zwei unfassbare Videos gemacht bei YouTube. Das eine heißt Liebe oder das andere. Also das Zweite ist sogar noch besser, wo er da selbst reflektiert und da so viele schöne Dinge sagt und die Kommentare sind so hochwertig und so. Also das ist ein absoluter Mehrwert, wo sich viele Menschen mit identifizieren können, was für viele Menschen Balsam auf der verletzten Seele ist und was vielen Menschen Streit, wo die Kinder den Preis dafür bezahlen müssen, einfach vorenthält. Also was nicht passiert, wenn man sieht, da ist er ein absolutes Vorbild in dem Verhalten. Also das Maximum für mich, dieser Typ. Deshalb war ich sehr dankbar für die Begegnung. Und der ist aufgestanden, hat sich von dir verabschiedet, hat gesagt, danke, danke, danke. Und das hat mich schwer beeindruckt, weil ich so die Geschichte kannte und ich dachte, scheiße, wie hilfst du Menschen, der in so einer Situation ist? Und was hast du dem gesagt, wie hast du den in Anführungsstrichen rumgedreht, dass er dann so positiv geendet ist? Ja, ich denke, dass ich mir mit der Zeit oder auch ein Teil angeboren, muss ich sagen, das Interesse, mein Sohn hat das dann sehr schön reflektiert, der hat mir eine Nachricht geschickt, der hat das mitbekommen, der war auch da und der kannte den auch und sei davon, also der ist relativ bekannt. Ich kannte ihn nicht, die Jugendlichen, ich bin auch nicht so gut in diesen Dingen da. Und der sagte, Papa, ich glaube, bei dir ist das so, der Mensch spürt einfach, weil er hatte mir dann geschrieben, dieser Mensch und hat gesagt, ich hoffe, dein Sohn weiß auch, was er für ein Papa und so hat. Und dann hat mein Sohn gesagt, ja, ich glaube, das liegt bei dir daran, dass du wirklich ehrlich ist Interesse und nicht irgendwelche Fragen sagst und dich dann so tief da reinfuchst, in sein Gefühl und dann auch ehrlich und klar die Dinge genauso ansprichst, wie die sind, aber ich glaube, das Grundgeheimnis dessen ist, dass es mich wirklich in der Tiefe der Seele interessiert und ich konnte ihn einfach genau fühlen. Ich konnte, ich kann Menschen allgemein, wenn sie mir ihre Problematiken sagen. Also als würde ich mich in ihr Herz und in ihr Kopf einloggen. So ist das. Also wenn man das vergleichen würde in einem Computerzeitalter, ich gebe einen PIN ein und dann bin ich in deinem Kopf und deinem Herzen drin und dann weiß ich ja, was vorgeht und auch aufgrund der Erfahrung und des Interesse, was ich hatte, so an Menschen. Deshalb vielleicht auch verstehe ich, viele Menschen sagen, ja, der schwätzt nur Scheiß und so. Kann man auch so sehen. Bestimmt schwätze ich auch viel Scheiß, aber die sagen, so viele Sachen wie der kann man ja gar nicht machen. Der gibt ja das weiser und das weiser. Ich habe einfach ein vielseitiges Stress an vielen Sachen. Das heißt nicht, dass ich richtig liege, aber gepaart mit dem Interesse daran, mich in andere Menschen einzulocken. Das war schon so, wo ich 14 oder so war, da habe ich Dinge gesagt, die ich eigentlich nicht sagen kann, weil sie noch nie durch meinen Kopf und weil ich das nie erfahren habe, aber die wurden mir einfach in meinen Mund gelegt. Was soll ich dir sagen? Das habe ich selbst nicht verstanden, aber das wurde mir gestern zum ersten Mal nach sehr langen Jahren wieder bewusst, dass ich da diese Fähigkeit habe und die wurde gestern hochaktiviert und immer wenn es um Kinder und Familien geht, dann laufe ich zur Hochform auf, weil dann weiß ich, dann bin ich so motiviert wie bei nichts anderem. Mit keinem Geld der Welt, mit keinem Status, mit keinem Materialien kannst du mich so motivieren, wie mit der Möglichkeit, Kindern und Menschen vor Schmerz, unnötigen Schmerz zu bewahren und denen vielleicht einen positiven Effekt. Das ist meine höchste Motivation. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Sollen wir mal ein Live machen mit dir und dann können Leute anrufen und ihre Geschichte erzählen und meinst du, du kannst die Live denen helfen? Ob wir das machen, das müssen natürlich die Menschen entscheiden, weil die sind ja diejenigen, für die wir das machen. Ich mache das ja nicht für mich oder für dich. Was du vorhast, weiß ich nicht mit deinem Ding. Das bietet für mich alles. Mit meinem Ding. Nein, das ist ja dein Ding. Ja, verstehe. Das ist nicht so eine große Rolle. Ich bin dabei. Das müssen erst mal die Leute entscheiden, aber dass ich mir das zutraue. Ich hatte das schon öfter und das passiert mir auch öfter, dass Leute mich anrufen, eigentlich jeden Tag und sagen, hier, der hat das Problem oder schreiben, kannst du mal mit dem reden? Und dann kann ich in der Regel relativ schnell die Problematik erfassen und in den meisten Fällen hilft, sonst würden sie sich ja nicht wieder melden. Also das können wir gerne aus. Ja, ich habe das ja auch gestern gesehen. Also das funktioniert fantastisch. Ja, ich hatte das mal, da hat man so ein Clubhaus in der Session gehabt damals, wo Corona hat. Ein Kollege hat gesagt, mach das mal, das ist genau dein Ding und so, die werden dich da feiern und da wirst du, der Mist ist. Und ich sage, will ich ja gar nicht, aber der hat mich dann belabert und hat gesagt, komm, ich melde dich da an und so. Dann habe ich das gemacht und dann ging das so schnell durch die Decke. Das war so brutal. Dann haben dann Leute ihre Probleme, das ist ja wie anrufen. Da ist eine Gruppe, da waren, in der Gruppe waren dann innerhalb von zwei Stunden irgendwie 2000 Leute oder so und das wurde immer größer und dann haben die gesagt, das ist mein Problem und dann konnte ich dem natürlich weiterhelfen oder einigen, die das dann gesagt haben. Deshalb kenne ich diese Problematik schon. Nur was ein großes Problem in diesem, deshalb halte ich mich einig da aus der Öffentlichkeit und aus diesem Ding raus. Ein Mensch reicht, um diese ganze, aus Neid oder aus Missgunst oder aus anderen Motivationen, einfach um sich wichtig zu fühlen, um die ganze Gruppe zu zerstören. Es rufen auch Menschen an, wie damals bei Domian oder so, die einfach aus Prinzip dich dekadieren wollen, die vielleicht sagen, der ist ein Spinner oder so, verstehe ich auch. Man erkennt man relativ schnell, kann ich auch auseinandernehmen dann. Ist wahrscheinlich auch lustig. Ja, aber hilft dir kein. Aber ja, ist auch unterhaltsam. Wenn jemand versucht, mich hier zu flachsen, dann kann ich natürlich auch eine ganz andere Melodie ausingen. Aber kann man ja mal machen. Wenn das gefragt ist, wenn Leute überhaupt, du musst ja noch eine andere Problematik sehen, wollen Leute live, überhaupt seriöse Leute, live irgendwo anrufen und das teilen, die Stimme wird wieder. Das ist so eine zwiespältige Sache. Weißt du, wollen die das in der Öffentlichkeit teilen? Will ich, dass die das teilen? Weißt du, weil dann haben die auch ein gewisses Geltungsbedürfnis. Ist das wirklich das Problem, was die haben? Weißt du? Verstehst du das darzustellen? Verstehe ich. Aber allein die ersten beiden Folgen mit dir sind, habe ich dir, glaube ich, geschrieben vor vier Wochen schon 13,5 Vollzeitarbeitsjahre gehört worden. Damit hast du mich mit dir wie du fuchst. Ja, ich fuchse. Und die, das Potenzial, also die Thematiken, die wir diskutieren, sind jetzt nicht hochgradig Einzelfall, sondern Mann, Frau, Beziehung, Liebe, Kinder. Das ist ja, da gibt es ja tausende Menschen, die höchstwahrscheinlich sagen, ich habe genau das gleiche Problem. Aber dann können sie sich ja im Podcast hinkommen. Ja, genau, aber ich glaube, dass, Du wolltest ja so ein Q&A machen, wenn Leute was schreiben oder vielleicht so ein Format könnte man vielleicht mal kreieren, wo, wir können auch Anrufen machen, aber das muss man halt, du siehst ja, Domian war ja so ähnlich, Domian war immer so ein Problemradio. Und der war ja auch nicht schlecht, aber das macht. Und dann hinterher waren natürlich auch viele, ja, aber hinterher waren dann so viele Spinner dabei, die einfach nur abpacken wollten und so. Und der war da auch ein bisschen naiv, weißt du, irgendwo. Und das ist halt schwierig. Und ich sage ja, wenn du, bei einem geht das, weißt du, bei der Gruppe, aber dann musst du mir auch die Kompetenz geben. Oder wenn ich involviert bin, vielleicht habe ich die Neutralität. Ich hatte damals bei Clubhouse so einen Rausschmeißer, der war Bombe, dem macht keiner was vor. Shoutout an Aria, das hier war du Killer. Der macht der Junge, der hat die Leute so brutal in den Arsch getreten, der sagt, ich schicke dich erstmal runter. Das war ein geiles Tool. Kannst du überlegen, ob du dich nächstes Mal benimmst, so wie so kleine Schulkinder kamen, die ganz ehrfürchtig wieder hoch. Also sobald die versucht haben, da irgendwas, weißt du, und viele sind da sehr schlau in ihren Wegen. Die leben davon, ein negatives Kommentar zu, davon ernähren die sich, negative Energie zu spreaden, weißt du. Und ich weiß nicht, ob man das wirklich haben muss. Ja gut, aber ich glaube nicht, dass jetzt einer kaputt kriegt oder zwei kaputt kriegen. Am Ende des Tages schmeißt man die raus, sondern es ist halt so wie im richtigen Leben. Wie im richtigen Leben. Und wir können das, die Schwierigkeit, glaube ich, ist, wenn so in dieser Domian-Zeit haben die Leute Domian geguckt, weil die abstrusesten Geschichten hören wollten. So, und das ist natürlich was anderes, wenn du sagst, du wolltest ja nicht wirklich auf, okay, ich habe eine in Anführungsstrichen normale Beziehung, die ist ein bisschen ausgelaufen, ich streite mich mit der, das war kein Domian-Thema, sondern Domian-Thema war, keine Ahnung, ich bin nach München gefahren und habe mich als Eis verkleidet und, keine Ahnung, habe mich da versucht, in einer Cafeteria zu verkaufen oder sonst. So verrückte Geschichten. Aber das könnte man tatsächlich, ich glaube, man kann die Leute nicht, also ich probiere es mal. Bei Domian müssen die ja ein Vorgespräch führen, bis sie überhaupt durchkommen zu ihm und da wird noch schon einiges abgeklappert aus diesem Grund. Also du kannst nicht direkt bei dem anrufen, sondern da kommt eine Vorstelle, die prüft erstmal, wie seriös oder unsehe, ob das Thema interessant sein könnte oder nicht. Das kannst du ja dann auch, die können sich ja bitte bewerben oder keine Ahnung, wie das läuft. Ja, ich glaube, das überlegt die einfach. Ja, müssen wir uns überlegen. Aber in der Fing, sehe ich das wie in der Schweiz, müssen die Leute abstimmen, was die wollen. Ja, aber ich glaube, können die nicht abstimmen. Ich glaube, er schaudert an euch, könnt ihr nicht abstimmen. Ich glaube, dass gerade so ein Live-Format lebt davon, dass du gehst halt rein und weißt noch nicht, ob du dich meldest. Und wenn du sagst, pass auf, wir machen das Vorgespräch heute und in drei Tagen rufst du an. Okay, aber würdest du persönlich, wenn du eine Problematik hast, offiziell anrufen und jemand hört deine Stimme, jemand erkennt dich vielleicht, möchtest du das? Und ich bin ja nicht ohne. Wenn ich mit meinen Befragungen einmal anfange, dann weißt du, das kann schon schmerzhaft sein. Ich bin bei dem Thema Kinder und so, bin ich lieb und nett und weil mich dann, aber bei anderen Themen kann ich schon brutal sein. Ja, ich glaube, das ist eine gewisse Persönlichkeitsstruktur, die da einen Reiz hat. Also es haben viele geschrieben, Was für eine Persönlichkeitsstruktur? Häufig Männer, die sich für Alpha-Männer halten. Sie sagen, pass mal auf, ich bin ja der geilste Typ und ich sehe das genauso wie der Soran und das und das sind die großen Themen. Und ich glaube, da reinzuspringen, das machen die eher, als die sagen, ich bin total schüchtern und traue mich in der Öffentlichkeit nichts zu sagen, bin aber hier vor, keine Ahnung, x Leuten live. Welchen Mehrwert wird das der Gesellschaft bringen? Ich glaube, wenn man an einem praktischen Beispiel sieht. Ach so, wenn die Leute, wie gestern, dabei gewähren werden, kriegen sie ein Vertrauen. Das waren natürlich, alle, die da waren, das war natürlich Maximum. Das stimmt schon, aber das hat ja ihm geholfen. Was hilft das den anderen? Das wollte ich auch ausführen. Was hilft das mir? Das ist gar nicht die Frage, aber was hilft das dem Zuschauer? Und ich glaube, zu sehen, wie jemand anfängt an Punkt A, ich habe ein Problem mit x. So, und dann, Tony Robbins macht das ja ganz viel. Ach so, das kenne ich. Okay, müssen wir mal separat über sprechen. So, ich habe ein Problem mit, keine Ahnung. da rufen die Leute live an. Na, die sind in dem Seminar. Die sind im Seminar und erzählen, pass auf. Ja, das könnte ich mir gut, das habe ich ja oft. Also, ich habe ja so Seminare auch mal an der Universität gehalten. Da passiert das oft. Die sagen, ja, ich komme da nicht oder weiter bei der Frau oder bei der Trennung oder bei, keine Ahnung, ich mache da ja hauptsächlich, habe ich das wie nur im Sport gemacht. Also, Prater für den Sport oder Psydischen Sport. Wie ich dann halt erfolgreicher werde im Sport oder meine Problematik ablegen kann. Und dass dann Leute live Fragen stellen, habe ich ja gar kein Problem mit. Weißt du, dann, die kommen ja dahin, das ist sehr seriös, die wissen, was die da zu erwarten haben. Aber in so einem freien Chat musst du ein Gutes, die Leute müssen Respekt davor haben und die müssen wissen, wenn die versuchen, uns da zu verarschen oder nur ein bisschen, dann können die direkt nach Hause. Das heißt nicht, dass alles, was ich sage, angenommen werden muss. Das heißt auch nicht, dass die andere Thesen haben können. Gar keine Frage, im Gegenteil. Weißt du, das kann auch kontrovers und streithaft sein. Aber die Intention. Da gibt es sogar so viel Angst vorher so an. Weil ich denke, dass es das, ein fauler Apfel kann alle anderen faulen Äpfel vergiften. Das war schon immer so. Das glaube ich nicht. Das ist aber so. Deshalb sagt man ja ein fauler Apfel. Also ein negatives, guck doch mal, bei positiven Kommentaren gehen die meisten davon aus, in einer Gruppe, wenn du in einer Gruppe bist, ja, und du hast 100 Leute, die hören dir zu und sind begeistert. Und dann ist einer und sagt, und sagt, irgendeine, der spreadet einfach brutal negative Energie. Dann denken die dann, oh, vielleicht hat er, also der zerstört die ganze Energie. Die Frage ist ja, was ist seine Intention? Ist seine Intention einfach nur kritisch zu sein? Ja, berechtigt kritisch, weil der Typ Messias anfängt und denkt alles, was der sagt und macht da jünger und manipuliert ihn für sein Interesse? Oder hat der einfach ein Interesse aus Neid heraus und das passiert oft aus Missgunst im Internet, ja, und versucht zu degradieren? Hast du ja an den Kommentaren oft gesehen, da schreiben ja viele Leute einfach irgendeinen Scheiß, weil die das geil finden. Ja, aber der Effekt ist live nochmal 100 Mal. Genau, aber wenn du live auf einer Bühne stehst und dann können hier Leute Fragen stellen und müssen aufstehen, ihr Gesicht zeigen und sagen, ich habe eine folgende kritische Frage an dich und so wäre es ja. Aber die haben ja schon Respekt, weil die wissen, dass ich die auseinandernehme. Also wenn die kommen, müssen die schon gute Argumente haben. Wer mit mir in den Ring steht, der muss in den Diskussionsring, der muss schon gute Argumente haben. Jeder glaubt, die anderen gehen gar nicht auf. Nee, das ist ja nicht der Fall. Das weißt du ja selbst. Wurde die Melli damals gesagt, willst du mal mit dem Podcast, mit dem Sohren, hat die gesagt, auch mit dem Sohren. Aber die wenigsten finden das geil. Natürlich auch, weil ich eine unangenehme Art habe, gar keine Frage, aber die werde ich jetzt bestimmt nicht ablegen, um den Leuten gefallen zu tun. Weil ich halt gelernt habe, wie der Junge auch gestern gesagt hat, es ist die nackte Ehrlichkeit, die dir ins Gesicht bringt, die vielleicht wehtut, bei ihm nicht so, weil er ein Typ ist, der das Verstand hat, das Schmerz gut tut. Aus diesem Schmerz wird dieser Junge was kreieren, was der ganzen Welt so einen Mehrwert bringt. Und das hat er verstanden. Und da hat er mir auch heute geschrieben, sagt er, du hast mich voll auf Temperatur gebracht. Ich möchte voll in den Schmerz reingehen und den für mich positiv nutzen. Und er hat diese Gabe auch von Natur aus. Das ist der Punkt. Und ich konfrontiere die Menschen dann mit dem Schmerz. Und werde dann in meiner Argumentation, ich sehe ja, dass Menschen dagegen ankämpfen, mit allem so wie du vorhin. Aber da gebe ich dann keine Ruhe. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, und das wäre die Frage an die Community draußen. Habt ihr Bock auf ein Live-Format? Und wenn das Live… Kann man da diskutieren. Genau. Also könnt ihr eure Meinung zu posten. Das Live-Format hat sozusagen den Preis, dass Soran euch potenziell ehrliche Fragen stellt und nicht hinterm Berg hält, wie ich es immer so schön sage. Und wir uns nicht hinter Scheinargumenten fangen. Menschen mit Ecken und Kanten. Menschen mit Ecken und Kanten. Nicht hinterm Berg halten. Genau, ja. Dieser Intro, ich glaube, ich muss das mal neu machen. Das geht mir selbst so oft in Keks. Ich kann mich selbst nicht hören. Das ist ganz, ganz schrecklich. Okay, das ist lieb, dass du das sagst. Nee, aber schreibt es in die Kommentare und dann müssen wir mal gucken, wie wir das anstellen, ob wir das irgendwie auf YouTube oder TikTok oder so machen. Und ich fände das cool, wenn das funktionieren würde. Und ich glaube, um dieses Argument nochmal abzuschließen, das Spannende ist, wenn jemand anfängt mit, keine Ahnung, ich habe Probleme, Gewicht zu verlieren. Und dann gehst du rein und es endet mit, ja, ich habe ein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater und meiner Mutter. Ja, sowas stelle ich mir vor. So, genau. Das ist gut, kein Problem. Also da kann mit allen Problemen dieser Erde, können Menschen zu mir kommen. Also ich glaube, es gibt wenige Sachen, die ich nicht durchdacht habe. Und die Range ist einfach riesig groß. Da denkt man ja jetzt, Quatsch über das Thema. Aber das hat meistens schon einen gewissen Hintergrund und eine gewisse Erfahrung und eine Sinnhaftigkeit. Guter, bescheidener Satz, Soran, es gibt wenig Sachen, die ich nicht durchdacht habe. Ja, durchdacht. Das heißt ja nicht, dass ich richtig da liege, aber ich habe mir Gedanken drum gemacht. Ich möchte sagen, Gedanken drum gemacht. Hört sich vielleicht realistisch an. Das heißt ja nicht, dass ich recht damit habe. Aber Gedanken habe ich mir über die meisten Dinge gemacht. Ja, das ist doch gut. Das ist ein wunderschöner Teil, Abschluss sozusagen, oder Abschluss, die auch eine der häufigen. Quatsch jetzt. Ja, so knapp zwei Stunden, glaube ich. Wir lernen dazu. Wir lernen dazu. Wir versuchen das hier. Schweigen nicht mehr so ab. Schneller, schneller, schneller. Wir lernen natürlich auch zu durch kritische Kommentare. Oder ich zumindest. Ich mag das sehr. Oder du zumindest. Ich nicht. Ja, ich bin tatsächlich. Du kriegst ja keine kritischen. Das ist ja das Gute. Du machst das so gut. Nee. Außer das mit dem Unterricht. Ach, das war Quatsch mit dem Unterricht. Also wer mich, also wer in einem Podcast, jetzt kommt ja der Podcast raus mit dem hier Jonas. Also da, boah, ich habe, ich sage bitte Jonas, schneid alles. Ich habe noch nie ein Video geschnitten oder so, aber da habe ich den so viel unterbrochen, so viel vorweggenommen. Der Arme. Also du hast so eine gute Gesprächsführung, dass du selbst mich einigermaßen in den Griff bekommst. Danke sehr, danke. Da bin ich mir sehr dankbar für. Das heißt, du hast schon ein paar ganz gute Informationen geleaktet. Also es gibt Soran, also nämlich die Frage, die ich ganz oft bekomme ist, wer ist dieser Soran, wo ist der auf Social Media? Ein potenzieller Soran wird schon direkt unruhig. Also Soran hat mal gekämpft im Milk and Honey und da gab es eine Fight Night und potenziell könntet ihr ein bisschen Soran da sehen. Das wäre ein Trade. Guck mal, der Punkt ist, was sollen die Leute davon haben, zu wissen, es geht ja nur in so einem Live, sehen die, okay, zehn verschiedene Themen kommen, zehnmal potenziell oder neun oder achtmal fühlen die Menschen sich gut und gehen mit einer Erkenntnis daraus. Das ist das Einzige, was wichtig ist, was ich mache oder nicht mache oder das ist alles total uninteressant. Was ich gemacht habe, warum ich so bin, wie ich bin, hilft denen kein Schritt weiter. Die glauben das aber alle. Ja, das ist aber ein falscher Glauben, weil ich verstehe das, dass sie das glauben, weil sie dann denken, deshalb glauben sie auch, wenn sie ein Buch kaufen oder wenn sie irgendwelchen Vorbildern hinterher rennen, dass sie dann auch so sind. Aber das, oder was glauben die denn, wenn die, dass ich kompetenter werde dadurch, dass ich irgendwas darstelle vielleicht, was die gerne hätten, vielleicht habe ich irgendeinen Titel, vielleicht habe ich irgendwas erreicht. Das hat doch nicht zu sein. Es geht doch nur um eins. Wenn zehn Leute live anrufen oder wenn ich mit zehn Monaten, das ist ja nur der Beweis. Ich denke, du willst das live machen, um zu beweisen, dass das alles keine Dummschwätzerei ist. Nee, 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 gar nicht um Beweisen, sondern einfach um. Aber vielleicht ist ja du, aber wenn ich sage, ich rede mit zehn Menschen und neun gehen mit besserem Gefühl in die Zukunft und haben ein besseres Leben, dann ist doch das das Einzige, woher ich das weiß, woher ich das nehme und das ist doch alles total uninteressant, wenn ich doch das Leben der Menschen und egal, auf irgendeine Art verbessere. Ja, du gehst zum Arzt und gehst gesünder und mit einem besseren Gefühl nach Hause. Warum der Arzt, wie der das gemacht hat und das kann man erforschen, aber das bringt dich doch nicht weiter. Im Endeffekt geht es dir besser, es ist schön, dass es dir besser geht und das war's. Ich sehe jetzt keinen Mehrwert darin, Dinge über mich preiszugeben, weil wenn die Menschen dann denken, ja, das kann ich dann auch, wenn ich dann das mache und ich muss nur das machen, was der gemacht hat, dann kann ich, nee, viele bei Sprachen oder so, weißt du, zum Beispiel sagen die, ja, ich will auch Fremdsprachen lernen und so und dann, wie hast du das gemacht oder so, ja, das ist so ein komplexer Mix, wenn ich dir das genau sage, kannst du es sowieso nicht wiederholen, das ist ja wie ein Fingerabdruck, weißt du, das sind so individuelle Strukturen, ich muss ja auf dich maßgeschneidert was machen, was du für dich machen kannst, weißt du, was ich mache, ist uninteressant. Ja, wobei die Leute fragen sich ja vielleicht auch zu Recht, wer ist der und kann ich dem trauen? Warum müssen die mir trauen, wenn es denen besser geht, das ist doch die Frage. Ich will doch nichts von denen, ich will gar nichts, ich will kein Geld, ich will keinen Abonnenten, ich will gar nichts, ihr müsst mich nicht, im Gegenteil, lasst mich alle in Ruhe, ich brauche nichts von euch, mein Leben ist wunderbar, alles ist super, ich brauche von niemandem, irgendwas, ich bin vollkommen zufrieden, ich erwarte nichts von euch, ich nehme ja nichts von denen, ich quatsche, ich verbrauche meine Zeit gerne, das Einzige, was ist, ich will mich nicht wiederholen, deshalb bin ich im Podcast und hoffe, dass es einen Mehrwert hat und wenn es keinen hat, habe ich schon mal gesagt, höre ich einfach auf, warum müssen die mir vertrauen, sag mir warum. ich glaube, ich glaube, es ist für viele Menschen einfacher, viele Menschen möchten gerne Richtung und das ist die Frage, wem kann ich vertrauen, der mir Richtung gibt und wenn ich jetzt zu dem Schluss komme, der Soran ist studierter Bademeister, Gibt es studierte Bademeister? Tatsächlich ja, hier vorne an der Ecke ist staatlich geprüfter Bademeister, muss ich mal entschuldigen. Ja, ja, also ob das studiert ist, weiß ich nicht, oder staatlich geprüft, auf jeden Fall gibt es das. Staatlich geprüft ist ein großer, also studiert. Ja, ich gucke das nach, ich gucke das nach für dich, ob es wieder die Qualifikation für Bademeistern ist. Aber die Frage, die sich die Leute stellen, ist, kann ich dem Traum, bist du der Masseur? Dann vertraust du dem Gefühl, was ich dir gebe, wenn ich dich massiere. Das ist doch der Punkt. Wenn die Leute, ich massiere dann Leute, ich fange immer an, ich massiere die. Und dann sagen die, oh nee, bitte nicht massieren. Ich sage, warte, gib dem eine Chance. Was meint, ja, bist du denn Masseur? Spiel doch keine Rolle, ob ich massiere. Ich massiere dich jetzt. Ich kann ja Masseur studiert haben, von morgens bis abends und Physiotherapeut sein, aber ich entwickle kein Gefühl für dich. Ich habe einfach nicht die Empathie. Ich fühle dich als Mensch nicht. Das ist doch uninteressant. Dann lege ich meine Hand auf, also massiere. Und dann geht es dem Menschen, dann ist es doch uninteressant. Der fühlt, dass es sich gut anfühlt. Das reicht doch. Ja, der muss erst immer. Da sagen viele, ja, ich muss dir ja vertrauen. Nein, gib dem eine Chance. Was hast du denn zu verlieren? Wenn ich dich jetzt nehme und zehn Sekunden massiere, was hast du zu verlieren? Wenn es nicht gut ist, sag, hör auf. Passiert so gut wie nie, aber nee, wirklich. Nicht, weil es mich ja interessiert. Ich möchte den Menschen ein gutes Gefühl geben. Ja, manche Sachen sind ja sehr, wie auch bei der Massage, es gibt ja unangenehme Massage, die eine Langzeit positive Konsequenz hat. Thai-Massage, so eine harte. Genau, zum Beispiel. Und da musst du der Thai-Massage vertrauen. Die ist eher unangenehm, aber hinten raus wird es gut. Warum sollte man jetzt der Thai-Massage vertrauen, die sich nicht gut anfühlt? Und es sind ja viele Dinge, die du sagst. Das ist ein sehr gutes Argument. Bravo. Da arbeitet ja auch ein bisschen die Intuition. Ja, man kann ja auch sagen, okay, natürlich will man das gegenchecken mit Fakten, aber so viele Fakten gibt es gar nicht. Ich kann ja, was weiß ich, sagen, ich bin Professor, Doktor, Doktor in irgendwas, ja, und dann denkst du, boah, der Typ ist tal kompetent, ich gehe zum Arzt, der ist ja Doktor. Und dann hat der aber vielleicht ganz andere Intentionen, weißt du? Der ist vielleicht ein Geldgeiler oder du gehst zum Anwalt, denkst, der ist super, der wird mich super vertreten. Ja, vielleicht hat der gar keinen Bock mehr, vielleicht hasst der das System, vielleicht hasst der Männer oder Frauen oder vielleicht hasst der, was weiß ich was. Nur weil er den Titel hat, heißt das ja nicht, dass er einen Besseren, besser abliefert, weißt du? Und die Menschen wollen das natürlich vereinfachen und es gibt denen Vertrauen, aber vertraut doch lieber eurer Intuition, das macht doch viel mehr Sinn, wenn es sich gut anfühlt, wenn es sich richtig anfühlt, tief in euch drinnen. Das möchte ich ja, ich möchte ja nicht mit vorwenden, ja, da kommen so Typen und sagen, guck mal, ich fahre Lambo, ich fahre Ferrar, ich habe es geschafft im Leben. Die Leute sagen, boah, geil, der hat es geschafft, dann miete ich mir oder hol mir so ein Ding. Was heißt das denn? Dann glaubst du, das gibt dir ja Vertrauen, weil du sagst, der hat es ja auch geschafft, also schaffe ich es auch. Ja, das sind doch nur Tricks. Nur weil ich das geschafft habe, vielleicht war ich ja krumm, vielleicht bin ich ein Betrüger, vielleicht habe ich, weißt du doch gar nicht. Vertraue doch lieber deinen Intuition, das, was er sagt. Wie authentisch ist das? Wie lange muss der überlegen, bis der was sagt? Wirkt das so, als ist das auswendig gelernt? Hat er nur ein Buch gelesen? Ja? Kommt doch lieber zurück zu eurer Intuition, anstatt oberflächlichen Phrasen zu glauben. Weißt du? Das will ich damit. Kommt doch lieber zurück zu eurer Intuition. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir, dass es mir die Möglichkeit gibt. Wirklich. Du holst auch viel aus mir raus, Dinge, die ich so noch nie gesagt habe. Weißt du, heute auch in der Familiensache, zum Beispiel mit der eidestadtlichen Versicherung, habe ich so noch nie gesagt. Das passiert dann aus der Situation, habe ich auch nie so weit gedacht. Aber das kam dann halt einfach in dem Moment aus mir raus, dass das die beste Lösung ist. Und da bin ich dir sehr dankbar. Besten Dank, Sohan. Ich habe das Gefühl, in den letzten zwei Soran-Folgen, letzte war ich so halb nur da und jetzt bin ich total emotional befangen irgendwie. Aber das war super. Für mich, vom Gefühl mittendrin, habe ich gedacht, für mich persönlich, ich hoffe, dass es die wertvollste Sendung für viele sein wird. So rein vom Gefühl habe ich gedacht, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass ich das loswerden kann, auch mit der Situation gestern und die Trennung jetzt. Ich glaube, dass das ein sehr wertvolles Thema ist. Cool. Lieber Sohan, besten Dank und bis zum nächsten Mal. Alles klar, mein lieber Benny. .